ZEUGE ALEXANDER PRINCZ Herr Zeuge, die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Sie den angeklagten Kaduk in Auschwitz gekannt hätten und dass Sie von seinem Verhalten uns etwas sagen könnten. Herr Zeuge, wann waren Sie in Auschwitz? Ja, 1942-1945, von 1945 bis 1945 und zwar bis zum 18. Januar. Ja, wann sind Sie genau nach Auschwitz gekommen? 17. Juni 1942. Am 17. Juni 1942. Und Sie hatten welche Häftlingsnummer? Ja, geht es nicht los, denn wir haben es 4874. 704. 48704. Wo haben Sie den angeklagten Kaduk kennengelernt? Die erste Sessenz haben wir jetzt objalowan im Kaduk kennengelernt. Ich war in Auschwitz, Kutscher. Und wo haben Sie da Kaduk kennengelernt? Ich fuhr als Kutscher täglich mehrere Male zu verschiedenen Kommandos, passierte häufig das Lagertor und dort habe ich Kaduk sehr häufig gesehen und ich kannte ihn gut. Ja, und kamen Sie auch dabei an die Kiesgruben? Ja, ich habe als Kutscher verschiedenes Material gefahren. Ich habe auch Kies und Sand gefahren. Haben Sie an dieser Kiesgrube den angeklagten Kaduk gesehen? Niekoľko. Ich habe da Kaduk gesehen, wenn die Kiesgrube da Kaduk gesehen. Niekoľko. Ich habe da Kaduk gesehen. Einige Mal habe ich Kaduk dort gesehen. Und wann war denn das ungefähr? Das war 1943. Das war 1943. Das war 1943. 14. April des Jahres 1943, als ich aus der Kiesgrube in Auschwitz Kies und Sand bis nach Birkenau hinfuhr zu verschiedenen Arbeiten, die dort vorgenommen wurden. Haben Sie bei dieser Gelegenheit auch Kaduk dort gesehen? Wie ist der Otheto-Präsident aus, die Kaduka? Kaduka habe ich auf dem Territorium der Kiesgrube wiederholt gesehen. Ich kam drei bis vier Mal täglich in diesen Monaten dorthin. Kaduk war davon sicher zweimal da. Sie kam drei bis vier Mal in den Monaten hin. Drei bis vier Mal täglich. Drei bis vier Mal täglich, so. Da war auch Kaduk vielfach da. Und was haben Sie von ihm dort bemerkt? So, was es dann wie geht, so geht, Al. Kaduk dochádzal, keď sme vyhádzali z Rágru, tak nas kontroval pri Odshode a pri Príhode. Kaduk kontrollierte uns, wenn wir das Lager verließen und wenn wir in das Lager kamen. Keď sme došli, keď som vyšiel von Kaskonjmi, my sme totiž naše Staje mali mimo Lágru. Die Pferdeställe waren außerhalb des Lagers. A my sme odchádzali ráno o pol štvrtej. Wir gingen morgens um halb vier aus dem Lager. Tam sme prišli, očistili konje. O štvrtej sme došli na Staje, očistili konje, dali všechno do poradku. A medzi sedmou, půl osmou sme byšli s konjmi do práce venn. Gegen vier waren wir dann bei den Ställen, dort reinigten wir die Pferde, brachten alles in Ordnung. Und so zwischen sieben und acht gingen wir zur Arbeit hinaus. Was haben Sie von Kaduk bemerkt, wenn Sie ihn an der Kisgrube getroffen haben? V 1943 roku, v marci, v apríli, som veľmi mnoho písku vyvážal ven. Som mnoho opravoval hotelích Birkenau. Vozil som písek aj na niektoré krematória, kde to chýbali, kde vozi to nedoviezli. A Kaduk docházel tam, jak jsem říkal, dva, třikrát týdne. A několikrát prišiel, a to bola jeho najpěknějša zábava. Nám ten písek nakládali tam hlavně visáble, úplně zničené, mladé ženy. Moment. In den monaten, märc und apríl des jahres 1943, wurde viel sand, besonders in Birkenau, zu reparaturen, auch zum bau von krematorien gebraucht. Zu der Zeit fuhr ich häufig in das gelände der Kisgrube. Kaduk kam wiederholt dorthin. Seine hauptbeschäftigung war die jungen Frauen, die bei uns den sand aufladen mussten und völlig entkräftet und schwach waren. Hier haben Sie unterbrochen, Herr Direktor. Bitte sehr. Prosím, pokrač, růjte, co důleží o Mladé Majinama. Písek, tam to Kisgrube bola na teritorii aušvidským, tak v odlágu to bolo tak 1,5 kilometra. To bola vybratá, jak poznáte, tie pieskovišťa do spodu. To bola tak výška 5 až 8 metra výšky. V tým to boli tie různé rožiska toho piesku. Tam to těžděni nahadzovali, a keď některá si tak sem tam oddychla. A náhodou na nešťastie Kaduk to zbadal, bola jeho najväčša zábava, že lbou strílať. Stopp. Die Kisgrube war etwa 1,5 kilometra von dem Lager Auschwitz entfernt. Eine etwa 5 bis 8 Meter hohe Wand, in der die einzelnen Sandschichten waren. Unten in der Grube arbeiteten die Frauen und wenn sich eine von ihnen ausruhte und der angeklagte Kaduk sie antraf, war seine liebste Unterhaltung, diese Frau zu erschießen. In wieviel fällen haben Sie das ungefähr erlebt? Kolikrát případech se to viděl? V 8 prípadech. In 8 fällen. Wissen Sie diese Zahl genau oder schätzen Sie nur die Zahl? Víte to číslo přesně, nebo to odhadujete? Viem to číslo přesně, neodhadujem, nakolko ja potom, keď Kaduk tam docházal, som viacej do Kisgrubre nerád chodil, lebo to bola veľmi nebezpečná vec a mohli sme si niekedy aj my u našeho komanda ako kučeri meniť tie miesta, kam sme na práce chodili. Ich weiß es deshalb gut, weil ich als Kaduk in die Kisgruben öfter zu gehen pflegte, die Sache für sehr gefährlich hielt und dann versuchte, nicht mehr in die Kisgrube gehen zu müssen. Wir als Kutscher wechselten uns ja dann ab. Ja, ich habe Sie gefragt, ob Sie die Zahl 8 heute noch genau im Kopf haben oder ob Sie das nur schätzen. Máte číslo 8 nešte ešte presne v hlavie nebo to odhadujete. Ne, to je presne číslo 8. Das ist eine genaue Zahl, 8. To byly ženy. Das waren Frauen. Nedjal to naraz. Bolo to za čas v marci, apríli. Es war märc und april 43. Ja, das achten Sie. In den Sommermonaten 1944 soll ein Häftling namens Engel Mikolas geflohen sein. Wissen Sie etwas davon? V letje 44 se riga, že uprche v jeseň Nikolas Engel vite ničo o tom pripadje. Ja, ich kenne diesen Fall. Mikolas Engel pracoval na jednom komande, kde lietadla rozbierali. Ich weiß nicht genau die Namen der komande. Er zbierali zbieté lietadla und nach dem Pracoval. Z dieser komande Mikolas Engel ausfiel. Nikolaus Engel arbeitete auf einem komando, wo zerstörte flugzeuge auseinandergenommen wurden. Von diesem komando ist er geflüchtet. A donesli ho späť do lagru a blagru bol odsudjeni na smrt. Sie brachten ihn ins Lager zurück und verurteilten ihn dort zum tode. Nach einigen Tagen. Das haben Sie gehört? Oder haben Sie das selbst gesehen? Das haben Sie gesehen, wie ihn brachte und ich habe gesehen, wie man ihn hängte. Ist er aufhängte. Und wie ging es nun bei diesem Aufhängen vor? Jak to by ob es lieb. Nastupil cel Lager nastupil presný datum Dermin nastupil medzi 4. a 5. hodin nastupil celý Lager nako toho času už boli uteky niekoľkých väzňov už prevedené a niekoľkých väzňov nekolkých väzň neboli ani chytené bolo na výstrahu každý jeden vydaný príklad ktorý ušiel a bol chytený ho obesit to sa stalo aj Mikulášom Englom. Das ganze Lager mušte antreten den genauen Tag weiß ich nicht mehr es war so etwa 4 bis 5 Uhr nachmittags zu dieser Zeit waren wiederholt Fluchtversuche unternommen worden einige davon waren auch geglückt und es soll der Befehl da gewesen sein zur Abschreckung des ganzen Lagers aufgegriffene Flüchtlinge aufzuhängen und das geschah auch mit Nikolaus Engl Und was spielte sich bei dieser Szene ab? Aztupaxe oder Hravo Lopši do Exekuzi Kut Teto Szene boli sme aj my Kutšeri Kutši my sme sa do lagru vracali len pozdje večer ale na to obešení na zvláš sme museli prác drživ prerušiť Normalerweise kamen wir Kutšer erst spätabend ins Lager zurück Wegen dieser Exekuzión mussten wir bereits frühe in das Lager zurück Kutšer sme prišli do lagru bolo hovorím tak medzi piatou hodinou nás postavili jak sme wešli do lagru presne to robili na nám na kuchyni na lagrovej a my sme presne došli na ten roh ja som presne videl na tu šibenicu jak tam Mickey Engel bol als wir gegen 5 uhr ankamen mussten wir uns vor der Küche aufstellen wie wir hereinkamen auf diesen freien Platz ich stand an der ecke und blickte hinüber zum galgen wo Nikolaus Engel gegen 5 uhr kamen wir in das lager zurück und mussten uns auf dem Platz vor der Küche aufstellen ich stand an der einen Ecke und blickte genau auf den galgen wo er stand dort und es wurde ihm irgendetwas vorgelesen wahrscheinlich das urteil das er zum tode vorgelesen aber das habe ich nicht gehört wie ging es um weiter wie das war wo wurde tam pot mich Engel stahl a tam cel su it SS man ok to ho med in me pr him hral tam nas znam kaduk a ten kad kterito pre pre wazal do obese nie bol al sa jakub es stand dort eine ganze gruppe von SS leuten unter ihnen auch kaduk der henker der die exekution durchführte hieß jakob dali mu pro raz na krk sie banden den strick um den hals pod hoddili tam niektor mu stoličku er stand auf einem hokker und den warfen sie dann um mikuláš enkel padol sej stolički jak stahl tam more natrhlo a v tom momente sa utrhol po raz strick 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 Wir meinten, es seien internationale Regeln, wenn einem zum Tode Verurteilten bei der Hinrichtung der Strick reißt, dass Nikolaus Engel diesen Kampf gewonnen hat, aber es war nicht so. In diesem Moment packte ihn Kaduk, begann ihn zu schlagen und drückte ihn von dem Podium herunter und von diesem Podium ihn bis zum Block F. Er führte ihn diesen Weg, der 11. Block war hinten. Sie mussten links einbiegen und von diesem Einbiegen habe ich Nikolaus Engel nicht mehr gesehen. Wissen Sie, was dann mit ihm passiert ist? Am zweiten Tag führte ich morgens in die Kiesgrube, um Sand für den Block 11 zu holen. Damit wurde der Boden und der Beton, der mit Blut befleckt war, bestreut. Mir öffnete das Tor ein SS-Mann. Und der Kapo Jakob kam und sagte, es sei ihm nicht gelungen, Nikolaus zu retten. Kaduk habe ihn totgeschlagen. Totgeschlagen oder getötet? Doppel. 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 Doppel heißt schlagen und Doppel heißt also erschlagen. Ja. Haben Sie nicht erzählt bekommen, dass er erschossen worden von Kato? Doppel hat jemand acceptiert, dass Kaduko ihn zaglert. Doppel. 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 Der Kapo Jakob konnte mir keine Einsleiten erzählen. In dem üblichen Jargon sagte er, ich konnte Nikolaus Engel nicht retten. Kaduk hat ihn erledigt, erschlagen. Ja, weil Sie bei Ihrer richterlichen Vernehmung in Präschow angeblich gesagt haben sollen, wie Ihnen der Kapo von Block 11 namens Jakob mitteilte, soll Kaduk den angeführten Häftling erschossen haben. Sie sagten in Präschow, dass Kaduk, Jakob sagte, dass Kaduk zerstörlte diese Häftlinge. Ich habe das gesagt, Kaduk hat ihn tot gemacht. Hat ihn tot gemacht? Tot gemacht. Ist sonst noch eine Frage an den Zeugen zu stellen? Möge ich noch Kaduk um eine Frage? Herr Zeuge, aus welchem slovakischen Ghetto kamen Sie nach Auschwitz? Ich ging erst nach Budapest fort, von dort nach Silein und von Silein am 17. Juni. Von Silein der Slowakei kamen Sie nach Auschwitz? Ja, ja, durch Silein kamen Sie nach Auschwitz. Und wie groß war der Transport? Ja, welcher Bildtransport? Jelini. Etwa 1000 Leute waren wir. Und wie viele Frauen ungefähr? Ein Kollege Jen. In dem Waggon, in dem ich mich befand, waren wir etwa mit 90 Personen, davon ungefähr 20 Frauen und 10 Kinder. Und als Sie in Auschwitz ankamen, fand da eine Selektion statt. Und als Sie in Auschwitz ankamen, fand da eine Selektion statt. Sie jagen uns aus den Waggonen heraus. Und als Sie in Auschwitz, haben wir noch eine Selektion statt. Leute, dieses Wort habe ich erst später gehört. Und etwa 300 bis 350 Männer aus diesem Transport kamen in das Lager. Dann eine Frage dazu. Haben Sie später im Lager irgendjemand von den SS-Leuten namentlich kennengelernt, den Sie bei der Ankunft, bei dem einen Teil des Transports gesehen hatten? Ich weiß noch nicht, ob ich es noch nicht kennengelernt habe. Das ging so schnell, dass ich mir diese Leute nicht angesehen habe. Und ich habe auch später nicht erfahren, wer dabei gewesen ist. Danke schön. Herr Staatsmann. Herr Prinz, können Sie sich erinnern, ob Kadok die Frauen in der Kiesgrube mit einer Pistole oder mit einem Karabiner erschossen hat? Wie hat Kadok die Frau in der Kiesgrube mit seiner kleinen Pistole? Schön. Bei dem Vorfall des Häftlings Engel, wer hat denn da den Hocker unter Engel weggestoßen? Sie sagten, ein Mann hat den Schemel weggestoßen. Herr Rabe. Herr Rabe. Herr Zeuge, wissen Sie, welche Angeklagten hier sitzen? Kennen Sie die Angeklagten? Ich habe sie noch nicht angesehen. Kennen Sie Namen? Kennen Sie weitere Namen? Sie haben bisher nur von dem Angeklagten Kadok berichtet. Kennen Sie die Männer? Ich kenne die Männer, Mimo Kadok. Ich kenne die Männer, Mimo Kadok. Ich kenne die Männer, Böger, Brot. Ich kenne die Männer, Brot. Ich kenne die Männer, weil ich sie nicht kennenlernen, weil ich sie nicht kennenlernen. Ich kannte viele SS-Leute in dem Lager, weil ich ja viel herumgefahren bin, von denen ich nicht die Namen weiß. Ich kenne die Männer, wie es auf meinem Komande war ein Chef. Ich kenne die Frau. Ich kenne die Frau. Kannst Sie noch funktionen von SS-Männern sagen, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? Möchte ich etwas überprüfen über Funktionen von SS, die ich noch gut erwähnt? Na Funktionen von SS, die ich sehr gut erwähnt. Das war, über den wir heute gesprochen haben. Der hat einen Rapport Führer gemacht. Von Kaduk machte Rapport Führer. Broad war zweiter Adjutant in der politischen Abteilung. Also beigeordnetter wäre die wörtliche Übersetzung. Was können Sie über Broad berichten? Ich sah Broad wiederholt, Männer von dem 11. Block zur politischen Abteilung führen und auch zurück. Ich sah ihn das Kommando der Frauen, die auf der politischen Abteilung arbeiten, zur Arbeit und von der Arbeit führen. Und was wissen Sie über den angeklagten Boga? Also bitte um Boga. Boga war Chef der politischen Abteilung. Er fuhr mit dem Fahrrad herum. Wir nannten ihn dort den schwarzen Schatten. Boga war Chef der politischen Abteilung. Er fuhr mit dem Fahrrad herum. Wir nannten ihn dort den schwarzen Schatten, weil er überall auftauchte. Können Sie ganz konkrete Einzeltaten von Boga berichten? Können Sie konkrete Einzeltaten von Boga berichten? Im Monat Juni 1944 etwa kam ein ungarischer Transport. In diesen Monaten kamen sehr viele Transporte. Ich fuhr mit dem Pferdewagen Kies zum Cigernerlager vor die Blockführerstube. Das war nach dem Mittagessen etwa gegen ein Uhr. Das war ein Magazin, ein Lager. Das war ein Theatergebäude. Es war ein Theaterhaus oder ein Theatersaal. Es war ein ganzes Haus. Dann kamen wir und wir standen auf die dritte Rampen. Er sagte uns, dass er uns für den ganzen Rampen aufgerufen hat. Ich dachte, wir mussten uns auf die dritte Rampen verkaufen. Wissen Sie, was das ist? Es war uns verboten mit den Pferden zu fahren. Boga begleitete uns den ganzen Weg und wir fuhren an die hintere Rampe. Und er gab mir den Befehl, so schnell wie ich kann, mindestens im Trap zu fahren. Ich kam zum Theatergebäude und zurückgebracht habe. Ich durfte die dritte Rampen. Ich hatte die dritte Rampen. Ich hatte die dritte Rampen. Ich hatte die dritte Rampen. Die dritte Rampen. Ich drehte am Theatergebäude um. An der hinteren Rampe hielt die Pferde. Die Tore wurden geöffnet und aufgeladen wurden schachteln. In der Größe, wie sie eben hier bezeichnet wurde. Es waren 20 Stück Gasbehälter in einer solchen Schachtel. Mir wurden 10 oder 15 Pakete auf meine Wagen geladen. Ich bekam den Befehl, sofort in das Krematorium zu fahren. In welches? Krematorium 4. In das Krematorium 4. Ich zähle es von der Kiesgrube her. War das in Pierre-Genau? In Pierre-Genau. Können Sie uns das mal an der Karte zeichnen? Die Kiesgrube war etwa auf dieser Stelle. Hier etwa war das Zigeunerlager. Und wir gingen in dieses Krematorium. Diesen Weg. In dieses Krematorium brachte ich die Dinge. Ja. War Boga da dabei noch? Bill Boga Pritomen. Er begleitete mich bis dorthin. Der Posten musste außerhalb stehen bleiben. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Und was geschah dann? Wazupaxe Potomstalo? Ich musste nachher beim Krematorium stehen bleiben. Boga rief ein SS-mann herbei und sagte, geben Sie mir eine Gasmaske. Dann begleiten die Böden. Und er hat und schaffte die Pläne. 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 chuckles carb. oben hinein, reichte diese Dosen weiter und andere SS-Leute schütteten das in die offenen Fenster. Das geschah in meiner Gegenwart. Was heißt offene Fenster? Würden Sie das bitte genauer erklären? Die Gaskammer im Krematorium 4 war oben, nicht unten. Die Fenster zum hineinführen des Gases war eine Höhe, dass sie ein Mensch erreichen konnte. Als die Fenster geöffnet wurden, hörte man ein dummes Drönen aus dem Inneren der Gaskammer, denn sehr viele Leute unter der Erde wären. Und nachdem nun das Gas da hinein geschüttet worden ist, was hörten Sie dann? Ich habe die Fenster geöffnet. 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 Ich habe sofort gesagt, dass ich das Lager weggebracht habe. Ich habe die Fenster geöffnet. Und ich habe die Fenster geöffnet. In der Zeit waren ja die Schachteln abgeladen. Ich bekam den Befehl, sofort wieder herauszufahren und fuhr weg. Herr Zeuge, hatten Sie den Mann, den Sie mit Boger eben bezeichneten, hatten Sie den vorher schon kennengelernt im Lager? Ja. Ich habe ihn sehr gut kennengelernt. Ich sah ihn auf verschiedenen Plätzen nahezu täglich. Aber ein direktes, persönliches Erlebnis, dass Sie etwa mal von ihm vernommen worden sind. Aber osobnisch sage ich, dass ich etwas wissen, dass er nicht mehr hat. Jednach mich zerbrochen, auf jeden Fall nahezu. Auf jeden Fall sah er mich auf dem Weg ganz nacht ausziehen und suchte Briefe bei mir. Unterwegs. Na ceste. Na ceste, kez som s chodil, tam v obvode lagru. Im Lagerbereich. Ich war mit meinen Pferden unterwegs. Und hat er Briefe bei Ihnen gefunden? Nenachel u mnie żadne dopisy. Nein, hat keine bei mir gefunden. Wir hatten die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Lagern Briefe hin und her zu befördern. Vor allem zwischen Familien, die in verschiedene Lager eingeliefert wurden. Die Mutter an die Tochter, die Frau an den Mann usw. Noch eine Frage, Herr Präsident. Herr Zeuge, haben Sie einen adjutanten von Höss kennengelernt oder Lager gesehen? Znäste niekterého pobočníko Höss'a a viedelste ho v tábore? Prosím, u nás bolo tak, my sme pri tých koni mali aj koni na jazdu, ktoré patrili pre vysokých dostojníkov SS. Wir hatten im Pferdestall auch Pferde, die höheren SS-Offizieren gehörten. Und diese kamen auch zu uns in den Pferdestall. Haben Sie einmal den Namen Mulca gehört im Lager? Ich habe den Namen Mulca gehört, aber ich habe den Namen Mulca gehört. Das habe ich schon gehört. Und ich möchte eine Sache erzählen, die 1942 passiert ist. Bitte, aber fragen Sie den Zeugen nochmals, ob er ihn im Lager gehört hat. Ich habe den Namen Mulca gehört im Lager. Diesen Namen habe ich gehört und ich möchte deswegen die Geschichte erzählen. Ja, ich habe dazu vorher noch eine Frage. Haben Sie den Mann mit dem Namen Mulca damals auch gesehen? Ja. 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 Ja, bitte dann. Ja. 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 Der was geleitet hat? Der ganze Gang des Lagers, der Chef des Lagers in der Zeit war. Wieso wissen Sie das? Jaktovite. Jeder sagte, jetzt kommt der Chef des Lagers. Das hörte man. Jeder sagt, jetzt kommt der Chef des Lagers. Jeder zeigte auf ihn. Wir kannten ihn ja alle. Wen? Hösser. Den Höss kannten Sie? Ja. Bei Jeho Sastrupcu. Bei Jeho Sastrupcu habe ich da auch schon ein paar Mal gesehen. Und bei Jeho Sastrupcu hat er dann ein schwärgeres Regime als Höss. Und dieser Vertreter hat während er Höss vertrat ein härteres Regime eingeführt als Höss. Ja, jetzt schildern Sie doch erst mal, Herr Zeuge, Sie sprechen hier von einem hochgevachsenen Mann, der dann der Vertreter von Höss war. Jetzt schildern Sie doch erst mal, wann und wo haben Sie diesen Mann kennengelernt. Und die Agedesse des Hessens-Namen ist ihm doch, wieso Kima will ich ziemlich groß verliegen. Ich habe diesen Mann gesehen beim Krematorium, auch auf der Rampe und bei verschiedenen anderen Gelegenheiten. Ich habe bereits erklärt, dass ich im ganzen Lager unterwegs gewesen bin als Kutscher. Auch unterwegs habe ich ihn gesehen. Wer hat Ihnen gesagt, dass dieser Mann, oder wer hat Ihnen den Namen dieses Mannes gesagt? Unsere SS-Kommandanten nannten diesen Namen. Sie meinen Ihre SS-Führer, mit denen Sie zu tun hatten? Die SS-Männer, die kommandierten, meinte der Zeuge. Die SS-Männer, die uns kommandierten. Tierpfleger-Kommando bei uns. Und die haben ihn also welchen Namen genannt? Und was haben Sie gesagt? Sie kamen dorthin, Omaier und Mulka. Sie sprechen doch eben von einem Mann, der kann doch nur einen Namen gehandeln. Sie haben eben den Namen Aumeier erwähnt. Was wollten Sie damit sagen? Ich wollte damit sagen, dass fast alle SS-Offiziere zu uns kamen, um zu reiten, unter Ihnen eben auch dieser Aumeier. Ja, also Sie sprachen jetzt von diesem hochgewachsenen Offizier und Sie sagten, man habe Ihnen damals erzählt, der habe den Namen Mulka gehabt. Ja, und die SS-Führer sprachen nicht allzu viel mit uns über diese Sache. Ja, aber woher wissen Sie denn nun, wie Sie sagen, dass dieser Mulka den Höss zu der Zeit, als sich Höss das Bein gebrochen hatte, vertreten hat? Wodka-Kwiedne, je Mulka, das ist die Power-Hösser, die du dir genannt hast. Aber als sie niekolko Dni, potem frischel zwozem Hore, a rikali, bultu, bultu, novi Kommandant. Einige Zeit später kam er mit dem Wagen herauf und die sagten dann, das war, hier war der neue Kommandant. Und wie zeigte, wie wirkte sich das aus auf das Lager? Sie sagten eben, das hätte sich durch eine, das Leben im Lager sei dadurch plötzlich strenger oder schlechter geworden. Wie hat sich das praktisch ausgewirkt? Wie hat sich das praktisch ausgewirkt? Wie ist das praktisch, wie die Lager-Lager-Sieb-Kwiedne, als der kam, wurde ein noch härteres Regime im Lager eingeführt. Wie lange dauerte denn das, dieses... Das ging etwa bis März, April 1943. Im Sommer habe ich ihn nicht mehr gesehen. Was, so lange soll der Höss krank gewesen sein? Dank Lohöbel Höss Nemozent. Ich nehme es an, dass er einige Monate krank war. Er führte zum Beispiel auch ein, wenn Kommandos nach Hause zurückkehrten. Da Cabo besonders darauf achten musste, ob der Kommandant sich näherte und dann das ganze Kommando bis an den Wegrand zurückzutreten hatte. Sagen Sie, hat dieser Mulca, hat der sich auch Pferde bei Ihnen geholt? Danke, Mulca schreppro, wo war es? Sie kamen zu uns, sich Pferde anzielen, aber die Pferde wurden gesattelt und vorgeführt von SS-Männern. Das machten nicht Häftlinge. Aha, also Sie haben diese SS-Leute nicht kennengelernt? Sie kamen zu uns und suchten sich die Pferde aus. Ja, ich will wissen, ob der Mulca kam. Prichelt dann taki Mulca. Prichelt dann auch Mulca. Ja, auch Mulca kam dorthin. Ja. Dann eine weitere Frage. Kannten Sie einen Adjutant von dem Kommandanten Bär? Das heißt, der Pobochnika, Kommandanta Bär. Das heißt, der Rumičer, die sie liest, da. Er hat mich dann mit dem Kommandanten Bär, Bär. Das heißt, mein Name ist mir bekannt. Den Namen kenne ich. Der Name ist mir bekannt. Aber Sie kennen die Pobochnika, kennen Sie einen Adjutant? Bär. Sie kennen die Pobochnika, Bär. Toho Bär, den Niel Pobochnika. Ich habe gehört, dass die Leute da zu uns gingen. Diesen Namen habe ich schon gehört. Ja, also... Darf ich die Frage wiederholen? Ja, also vielleicht teilen wir sie auf. Kannten Sie den letzten Kommandanten von Auschwitz mit dem Namen Bär? Znahti poslednjiho velitele oswetimi zmenem Bär? My sme musim podufni, ja sa vratim tomu pripado, ob som to vissvetlil. Prosim, znahti meno Bär, poslednjiho velitele oswetimi zmenem Bär? Meno Bär znam, ale jas usbisom sa na nicho ne pametal. To meno sem fissier. Einen Bär kenne ich, aber an ihn selbst kann ich mich nicht erinnern. Kannten Sie einen Offizier mit dem Namen Höcker? Znahti njake hodustonje terisemenoval Höcker? Nein. Dann ein letzter Fragenkomplex. Waren Sie öfters in Birkenau auf der sogenannten Neuen Rampe? Ja, som tam velmi cesto dohada. Ich war sehr oft dort. Haben Sie dort SS-Männer gesehen? Sie haben also bisher einige Namen von SS-Männern genannt. Waren diese SS-Männer, die Sie nannten, auch dort auf der Rampe in Birkenau? Boli. Willi. Ja. Wer? Gdo. Will tam Boger. Boger. Will tam ein neke di Kaduk. Manchmal noch Kaduk. Will tam Broat. Broat. Ja, sem tam videl vlebnu unoru aiv marzi na ne Rampe aitoho Mulku sem tam videl. Auch im Januar, Februar und März hab ich auf der Rampe Mulka gesehen. Ja, mam na Mulku jednu wiec. Welches Jahr. Ja, w quen riem roce? 1943. 1943. Herr Zeuge, ich fragte eben ausdrücklich nach der sogenannten Neuen Rampe. Können Sie uns sagen, wann diese neue Rampe fertig wurde? Bitte, ich glaube, ich habe die Frage falsch verstanden. Es war die alte Rampe, die ich meinte. Die neue Rampe ist erst im Mai 1943, glaube ich, endgültig festgestellt. Es war noch während der ungarischen Transporte, also Ende 1943 oder Mai, bis zum Mai 1944, bis sie endgültig fertig war. Also meinen Sie, dass Sie den Mann, den Sie mit dem Namen Mulka kannten, den haben Sie auf der alten Rampe gesehen? Ja, ich möchte noch etwas über diesen Kommandanten erzählen. Na, Augenblick, jetzt muss ich erst mal fragen. Pardon, Moment. Was hatten Sie denn auf der Rampe zu tun? Wie sind Sie das denn gegenüber? Zupack, Mr. Gerald Narampie. Proszę, Tamiel. Wenn die Transporte kamen, blieben immer eine ganze Reihe von Gegenständen, die unbrauchbar waren, zum Beispiel völlig zerbrochene Körbe und so weiter liegen, die wurden auf den Wagen aufgeladen und zum Verbrennen weggefahren. Und jetzt schildern Sie, was hat dieser Mann mit dem Namen Mulka auf der Rampe getan? Proszę, wie Sie den Namen zu der alten Mischk, der ich Rikadetsche sehe Mulka, nach der Rampe? Und er kam an, ging die Rampe entlang, sprach mit einzelnen SS-Leuten, war bei den Selektionen dabei, bei dieser Aussortierung. Dann setzte er sich in seinen Wagen und fuhr wieder fort. Was meinen Sie mit dabei? Hat er selbst das Zeichen gegeben, rechts und links, oder stand er nur daneben? Das habe ich nicht gesehen, dass er selbst entschieden hätte. Aha. Dann nannten Sie also die Namen Kaduk, Boga und Broat, und die wollten Sie auch auf der Rampe gesehen haben. War das nun alte Rampe oder neue Rampe? Bill Kaduk, Bogner, Broat, Nastari Rampe. Die waren auf der alten Rampe und die habe ich später auch auf der neuen Rampe gesehen. Schildern Sie bitte, was der angeklagte Kaduk auf der Rampe gemacht hat. 독te Säbchen, was der Radier zu machen. Ja, muss ich sie welche, in der Reiki kommt, das war auf der además. Das ist so, wie sie sich diem links beobüsten, Prof. vorwiesenammer, die Leute nachdem sie ausgölben kamen. Ein Williams etc. Es ist so, wie ich im Modum haben. Die sind die Machen, es sind die Machen, es ist gutge nelle Machen. Estas ist gutgegeben, war es Pbildinnen und das zu erwähnen. Die Machen, die Machen haben uns befinsen, dass sie die Machen zu haben. Wenn die Transporte kamen, war ein großes Durcheinander, ein Chaos und die SS-Männer schrien, schlugen und sortierten nach rechts und nach links. Haben Sie dort bei diesen, Sie sagten ja, dass Sie öfters auf der Rampe waren, haben Sie dort einen sogenannten Leiter dieser Selektion gesehen, der also wirklich die letzte Entscheidung getroffen hat, indem er die Zeichen gab, rechts und links? Sie sehen da jemand, der diese Selektion gesehen hat, der definitiv ausgesprochen hat, ob es nach rechts oder nach rechts ist. Nein, ich habe das nicht gesehen, weil wir noch etwas später gelassen haben, weil wir nur die Spine und die andere Leute ausgesprochen haben. An den Leiter habe ich da nicht gesehen, wir kamen auch später hin, als wir die Reste der Ankunft zu beseitigen hatten. Und nun die Angeklagten Boga und Broad, haben Sie über die etwas Spezielles auf der Rampe zu berichten oder haben die sich ähnlich verhalten wie die Angeklagten? Machen Sie über die Angeklagten Boga und Broad? Ja, aber es war auch noch eine Sache von Boga. Von Boga habe ich noch eine Sache. Aus dem Jahre 1944. Es war auch im Juni oder Juli. Ich habe auch noch eine Sache mit dem Krematorium, der Krematorium und die Angeklagten Boga, die Angeklagten Boga. Ich brachte diese Reste der Rampe, diese zerbrochenen Gegenstände zum Krematorium 5 in diese offene Grube zum Verbrennen. Es war dort der Chef dieses Krematoriums, Moll. Und der sagte mir, dass ich von dem Weg herunterfahren sollte und gleich zu dieser offenen Grube hinter dem Krematorium 5 fahren sollte. Ich kam dort hin, die dort arbeitenden Heftlinge luden den Wagen ab. Es waren in dieser Grube leichen, die verbrannt wurden. Es waren auch noch leichen dort, die noch nicht. Und es stand dort 10 bis 12 Jahre von 2 bis etwa 4 Jahren. Was stand dort? 10 bis 12 Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren. Und Moll nahm eins dieser Kinder hoch und warf es in dieses Feuer hinein und Boga schoss auf das Kind. Er drehte sich zu mir um und sagte auf Deutsch, gefällt es dir, so haben wir die Juden in Warschau fertig gemacht. Und was geschah da mit den übrigen Kindern? Das waren wirklich duschendlich verabschieden Kinder. Sie verabschieden sie dort. Ich habe das einmal gesehen. Es waren dort bereits bereit, verabschieden. Ich ging weg, aber sie sind sicher dort auch vernichtet worden. Das waren solche Gäste. Ich zeuge eine letzte Frage. Waren Sie einer der Häftlinge, die am leichtesten zwischen den Lagern umherkamen und die am meisten Überblick hatten? Ich habe noch eine Sache, die ich erzählen möchte. Ja, ich habe noch eine Sache. Ich habe noch eine Sache. Ich habe noch eine Sache. Die erste, die ich erwähnt habe. Ja, bitte. Kaduka. In 1943. In 1943. In März. 1943. In März. 1943. In März oder Juni 1943. Es handelt sich um Kaduk. Um Kaduk handelt es sich. Der Vorfall passierte im Mai oder Juni 1943. Es war bei uns das Holzhof-Komando. Do ktorého išli vždycky Heftlinge, ktoré byli bisable, slabä. Tam se ukryvalo mladých ľudn, ktorých sme čakali, aby prišli k sebe. Dieses Komando bestand hauptsächlich aus entkräfteten und schwachen Heftlingen. Dort wurden oft junge Leute hingeschickt, die sich dort erholen sollten. Naložili to a odvezli to prič do Plinu. Eines Tages kam Kaduk mit zwei Autos. Ich lud gerade Holz auf. Er ließ diese Kranken dort antreten. Mit ihm waren noch andere SS-Männer. Aber Kaduk führte zweifellos die Gruppe. Er las dort Leute aus. Die wurden auf die zwei Autos aufgeladen und ins Gas gefahren. Ich hab noch eine weitere Sache. Von dem Kommandanten, der Höss vertreten hat. Ich kam aus Birkenau heraus. Das war Januar oder Februar. Das war eine победie zwischen 2. und 3. hr. Wir mussten schon nach Hause. Nachmittags gegen 3 Uhr. Die Kommandanten gingen bereits nach Hause. Ich kam nach Hause. Wir mussten nach Birkenau, als sie nach Osvenskina nach Osvenskina da war ein dreckiger Most, um den dreckigen Most, um den dreckigen Most. Zwischen Birkenau und Auschwitz war eine Brücke, eine Holzbrücke. Dass man nicht über die Schienen, über Eisenbahnschienen gehen musste, sondern die Eisenbahnschienen anders überqueren konnte. Wir waren drei Kutscher. Und ein SS-Mann begleitet uns von der Arbeit nach Hause. Etwa 300 bis 400 Meter vor dieser Brücke überholte uns der Wagen dieses Kommandanten. Und da war unser Malka. 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 Und wir sahen, dass wir etwa 100 Meter von uns von uns entfernt stehen bleiben. Und wir sahen, dass der Wagen des Kommandanten stehen bleiben. Wir sahen, dass er ausstieg. Wir gingen etwas schneller, um zu sehen, was dort geschieht. Und wir sahen, dass die SS-Leute eine Leibesvisitation dort durchführten. Sie schlugen dabei diese Häftlinge. Und nahmen ihn etwas aus den Taschen und warfen es nach unten. Ich war etwa 20 bis 25 Meter davon entfernt, als dieser Mann dann stand und fragte, was ist das? Das ist organisiert, erwiderten sie und zeigten auf irgendetwas. Die Häftlinge waren bereits mit Blut bedeckt und er rief, schießt nieder die Hunde. Einer dieser Häftlinge erhob sich noch einmal. Er schien schlecht getroffen zu sein. Dann zog dieser Mann selbst seine kleine Pistole und gab dem Häftling einen weiteren Schuss. Er setzte sich in den Wagen und fuhr weg. Wir mussten umdrehen, die Leichen der Häftlinge aufladen und sie nach Birkenau zurückbringen. Sie waren beide tot. Ich erinnere mich noch an Stibitz. Auch Stibitz erinnere ich mich noch. Ja, Stibitz steht hier nicht zur Anklage. Infolgedessen ist das für das Gericht nicht so wichtig. Ich bitte doch die Angeklagten mal aufzustehen, mal vorzugehen. Ein bisschen weiter zurück, wenn ich bitte darf, ja? Ich bitte mich. Ich bitte Herrn Zeugen mal zu sehen, ob er den Mann erkennt, den er als den stellvertretenden Kommandanten. Moment, was sagt er? Broart. Broart. Kapo Bednarik. Was sagt er? Das ist der Herr, von dem ich gesprochen habe. Burger. Das ist Kaduk. Das ist Kaduk. Das ist der Herr. Welcher ist das? Grottoje. Er trug eine bläuliche Uniform, eine schöne Uniform und einen Ledermantel. Mulca. Mulca ist das. Den kenne ich auch. Welchen, bitteschön? Koho Prosimsnate. In dem blauen Anzug. Aber den Namen weiß ich nicht. Da nehmen Sie bitte wieder Platz. Dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Nein. Nein. Er war ein jüngerer, gut aussehender, hochgewachsener Herr. Und er war schlimmer als Höss. Und er hat nie ertragen, wenn ein Häftling während der Arbeit sich ausruhte. Das war Stand. Haben Sie ihn denn öfter während gesehen, während die Häftlinge arbeiteten? Ich habe ihn auch schon gesehen. Ich war Kutscher und war x-mal an verschiedenen Stellen im Lager anwesend, in der Gärtnerei, in Harmenze und in einem Umkreis von 30 km um das Lager. Ich habe ihn oft getroffen. Ich musste ja jedes Mal die Mütze herabnehmen, wenn er vorbei fuhr. Und dafür, dass ich heute noch lebe, danke ich nur den Pferden. Wem verdankt er? Den Pferden. Ich war nicht wichtig. Die Pferde waren ja wichtig. Und sie konnten ja nicht sich selbst überlassen bleiben. Es sind noch Fragen vonseiten des Gerichts? Nein, Herr Rechtenwald. Ich habe zu dem letzten Vorfall noch. Der scheint mir noch nicht ganz klar zu sein. Ich möchte dazu noch einige Fragen stellen. Und zwar, Herr Zeuge, Sie schilderten, dass da also zwei SS-Männer, zwei Häftlinge filzten, um den Ausdruck mal zu gebrauchen. Ja? Das kennt doch der Mann nicht den Ausdruck. Sie untersuchten, ob die etwas bei sich hätten. Die Mützen der Häftlinge lagen auf dem Boden und die SS-Männer nahmen etwas aus den Taschen und warfen es in die Mützen. Ach, die Häftlinge mussten selbst aus den Mützen die Dinge in die Mützen werfen. Aus den Taschen die Dinge in die Mützen werfen. Wurden diese Häftlinge schon bei dieser Untersuchung, bei dieser Leibesvisitation geschlagen von diesen beiden SS-Männern? Wurden. 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 In das Männerlager. Wurden. An bestimmten Block. Wurden. Nein, in die Leichenhalle oben haben wir die. Wir haben noch nicht einmal die Leichen abgeladen, sondern die Häftlinge dieses Lagers haben abgeladen. So können Sie uns nicht sagen, welche Häftlingsnummer die eintätowiert hatten. Dazu hatten wir gar keine Zeit danach zu sehen. Wir waren froh, dass wir mit heiler Haut herausgekommen waren. Können Sie uns ungefähr schildern, waren das alte Häftlinge, junge? Nach der Kleidung waren sie schon länger im Lager gewesen. Sie konnten etwa 30, 35 Jahre alt sein. Haben Sie später erfahren, wie es zu dieser Leibesvisitation gekommen ist, wo Ihre Häftlinge kamen? Das habe ich nie erfahren. Das war das passierte laufend, dass bei uns Leute auf den Kommandos oder bei einer Fehlzung erschossen wurden. Das war nichts Besonderes. Aber dass der Adjutant des Kommandanten erschossen hatte, war das auch nichts Besonderes? Das habe ich nur einmal gesehen. Sie sagten, Herr Prinz, das sei im Januar, Februar gewesen. Sie haben das Jahr da nicht dazu gesagt. Wie es Jahr war es? 43. 43. Dankeschön. Ich muss das vervollständigen. Ich muss das vervollständigen. 43. 44. 45. 45. 45. Hör Tempfer In fact Carbhoast G outro Etwa 150 Meter von uns entfernt, vis-à-vis von unserem Stall, hat sich Höss das Bein gebrochen. Ja, Sie sagten doch, Sie seien erst hingekommen nach diesem Unfall von Höss und dann sei das Personal ausgewechselt worden. Oder habe ich Sie da falsch verstanden? Ich war nur von Anfang an zur Pflege und zum Futter für die Fütternde Pferde da gewesen. Von Anfang an im Jahr 1942. Ich war erst fünf Tage in Birkenau und kam dann später, fünf Tage später, also etwa am 22. oder 23., zum Tierpflegerkommando nach Auschwitz. Herr Prinz, Sie hatten vorhin von Ihren Fahrten zu der Kiesgrube gesprochen. Habe ich Sie richtig verstanden, als Sie an die Karte getreten sind, dass Sie dann gesagt hätten, es wären drei Kiesgruben da gewesen? Ich sprach von zwei Kiesgruben. Eine war in Auschwitz, die wurde später geschlossen und die andere war in Birkenau. Die Fahrten, von denen Sie sprachen, die Sie also in den März und April 1943 verlegten, waren die nach beiden Kiesgruben, also der in Auschwitz und der in Auschwitz. Das war nur die Auschwitzer Kiesgrube. Die Frauen, die da von Kaduk erschossen wurden, wie Sie sagten, kannten Sie die? Das war die Frau. Ich habe die Frau nicht verstanden, aber ich konnte sie nicht sehr gut. Wir kamen ja öfter hin und gaben ihnen auch öfter ein Stückchen Brot, um sie am Leben zu halten. Es waren in der Hauptsache dort französische, polnische und slovakische Jüdinnen. Sie kannten sie also von ansehen, wenn ich Sie richtig verstehe. Sie wissen ja, von der Oblicz. Herr Prinz, wurden diese acht Frauen von Kaduk auf einmal, also bei einer Gelegenheit oder an einem Tage oder an mehreren auseinanderliegenden Tagen erschossen? Nein. Er war in seiner täglichen Leistung, wo er zwei Frauen geschossen hat. Seine tägliche Leistung waren etwa zwei Frauen. Es waren mehrere Tage, an denen er geschossen hat. Also waren es an mehreren Tagen, an denen er geschossen hat. Ja, es gab dann vier Tage. Wie weit war der Kaduk entfernt, als er so im Durchschnitt gesehen, denn es waren ja dann mehrere Male, das müssen ja vier Tage gewesen sein, an denen er geschossen hat, als er auf diese Frauen schoss. Zwei, 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 zwei. Ich bin jetzt noch nicht in der Kiesgrube. Ich weiß nicht, dass er auf diese Frauen schoss. Ich bin jetzt noch nicht in der Kiesgrube. Ich weiß nicht, ob sie sich in der Kiesgrube auf jeden Fall haben. Das war eine andere Stufe. Das war 6-8 Meter, aber er stand nicht unten in der Kiesgrube, er stand oben. Das können also zehn bis zwölf Meter gewesen sein. Die Wand war sechs bis acht Meter hoch. Dann war also die schräge Entfernung unten in die Kiesgrube zehn bis zwölf Meter. Meint ihr also zehn bis zwölf Meter von den Frauen, die er erschoss? Das war meine Frage. Sie müssen, dass es von den Frauen, die sich aus der Kiesgrube 10 bis 12 Meter, vielleicht sogar 15 Meter, dann werden sie so schnell, wenn sie das zuerstellen. Die Frauen, die sich aus der Kiesgrube 15 Meter. Und der war 15 Meter. Und er schoss mit einer Kurzfeuerwaffe. Er trug eine Pistole bei sich, ja steht. Waren in jedem Falle die von ihm angezielten Opfer sofort tot? Er konnte so gut schießen, dass diese Frau in der Regel sofort tot war oder nur noch ganz kurz am Leben war. In der Regel, das heißt also, wenn ich ihn richtig verstehe, sie waren eigentlich in allen Fällen so gleich oder nach ganz kurzer Zeit. Nach einer sehr kurzen Weile waren sie alle sofort tot. Es gab also in keinem Falle eine Verwundete, die also nie war. Die Angelegenheit mit dem Häftling Engel, Herr Prinz, wann war die? Da haben Sie, wenigstens habe ich nichts in Erinnerung, keinen Zeitpunkt angegeben. Es war in den Sommermonaten Juni oder Juli 1944. Sie sagten, kurz vor der Exekution sei dem Engel das Todesurteil noch einmal vorgelesen worden. Sie hätten es aber nicht gehört. Hessler hat vorgelesen, ich war sehr, ich war... Der Zeuge hat wörtlich gesagt, es ist ihm etwas vorgelesen worden. Ich habe es nicht verstanden. Er sprach von einem Todesurteil. Er fiel ein, ich nehme an, ein Urteil oder so etwas Ähnliches. Sie haben das nicht gehört, was da vorgelesen wurde. Herr Minister Nesli, Scheldoslo, war zu der Pratschitano. Es war etwa eine Entfernung von 40 Metern. Ich verstand vielleicht hier und da ein Wort, aber nicht mehr. Also, Sie standen ziemlich weit entfernt. Etwa 40 bis 50 Meter. Herr Zeuge, Sie sagten dann weiter, Sie wären des Öfteren an der Rampe gewesen, und zwar an beiden Rampen, an der alten und an der neuen Rampe, und hätten da des Öfteren auch den Kadok gesehen. Was hatten Sie an den Rampen zu tun? Hielten Sie sich da zufällig auf, oder hatten Sie einen Auftrag? Es tut mir leid, ich widerspreche diese Frage, die ist bereits beantwortet. Der Zeuge hat aber ziemlich detailliert geschildert, was er da zu tun hat. Ich habe es nicht gehört. Der brochene Körper und so weiter abbrangt. Ich finde es ihm leid. Er hat gesagt, er wäre dorthin gefahren, um Material, was unbrauchbar geworden sei, zum Beispiel an der Körbe und dergleichen. Dann diese Sache mit dem Holzhofkommando vom Juni 1943. Sagten Sie, der Kadok wäre mit zwei Autos gekommen, hätte Leute ausgesucht, aufgelesen, wie Sie sich wörtlich ausdrückten, und sie ins Gas gefahren. Haben Sie denn gesehen, dass die ins Gas, also in eines der Krematorium hineingefahren wurden? Dann kommt der Karten, was er bei der Karten, um die Vögel zu arbeiten? Ich habe es genau gesehen, dass sie in Auschwitz in Auschwitz jeli. Ich habe es über die Vögel bis nach Auschwitz im Auschwitz. Ich habe es über eine Stunde vorgelegt, als ich nach einer Stunde vorgelegt. Ich habe es über die Vögel gesehen, wenn sie in Auschwitz nach Auschwitz nach der Auschwitz nach Auschwitz nach, Ich sah, dass die Wagen in Richtung Auschwitz wegfuhren. Ich hatte Holz hier aufgeladen auf meinem Wagen, fuhr mit den Pferden langsam hinterher. Wenn man auf die Auschwitzer Brücke hinaufging, konnte man sehr weit sehen und ich sah, dass die Wagen direkt zum Krematorium fuhren. Hat er gesehen, dass Sie hereinfuhren, wenn das überhaupt möglich war? Sie gingen ins Krematorium 2, ich sah, dass die Wagen anhielten und diese Leute kamen nie wieder zurück. Mehr habe ich nicht gesehen. Sind Sie wegen Ihrer Erlebnisse in Auschwitz schon einmal als Zeuge vernommen worden? Nein. Ich meine nicht von einem deutschen Gericht, sondern vielleicht von einem ausländischen Gericht. Bei uns war kein Gericht. Sind Sie auch nicht von der Polizei irgendwann einmal gehört worden? Nein, nie. Herr Stolling, da muss ich doch etwas... Er hat die Frage missverstanden und glaubte in einer Hauptverhandlung vielleicht nicht. Er glaubte. Ich wundere mich, dass der Herr Staatsanwalt gleich weiß, was der Zeuge glaubte. Ja, also damit der Zeuge hier... Ich versuche mich in ihn hineinzuverteilisieren. ...sich nicht irrt. Der Herr Rechtsanwalt Stolling hat gefragt, ob Sie überhaupt schon einmal von einem Richter wegen dieser Sache vernommen worden sind. Ich möchte diese Sachen überhaupt vergessen. Ja, das verstehen wir vollkommen. Aber jetzt werden Sie gefragt, ob Sie nicht schon einmal einen Richter vielleicht in der Czechoslovakie in Pressov schon einmal vernommen hat. Jetzt in diesem Verfahren, als ich die Aussagen auf dem Gericht machte. Also ist er doch vernommen worden. Ist das die einzige Vernehmung, die Sie seit 1945, seit Ihrer Befreiung mitgemacht haben? Das ist zum ersten Mal gewesen. Haben Sie bei dem Richter in Pressov alles erzählt, was Sie über Ihre Erlebnisse in Auschwitz zu erzählen hat? Vypráviel Sie in Pressov alles, was Sie in Oswettin? Nein. Beshalb nicht. Warum nicht? Ich arbeite 800 Kilometer von Prag entfernt und die Zeitungen bei uns berichten sehr wenig von diesem Prozess. Als ich aber in den Zeitungen las, sein Prozess gegen Kaduk und Boga läuft, habe ich mich selbst gemeldet, um Aussagen zu machen. Wir haben Sie bei Ihrer Vernehmung, die ich nicht kenne, nur über Kaduk und Boga ausgesagt. Ich sprach nur von diesen beiden. Haben Sie damals den Namen Mulka nicht gekannt? Ich habe überhaupt nicht über Mulka gesprochen. Besagt nicht. Ich habe in der Zeitung nur gelesen, dass Kaduk und Boga angeklagt sind und nur deswegen habe ich mich gemeldet und ausgesagt, was ich über diese beiden auszusagen weiß. Darf ich dazwischen mal eine Frage stellen? Und warum haben Sie dann nichts über Boga ausgesagt? Ich habe eine Kopie von dem Gericht, das ich von Kaduk und Boga ausgesagt habe. Ich habe hier ein übersetztes Protokoll aufgenommen. Wir haben beim Bezirksgericht in Breschow am 18. März 1964 anwesend sind der Vorsitzende des Bezirksgerichts, folgt der Name, die Schriftführerin folgt der Name. Dann ist eine dreiseitige Vernehmung und dann steht darunter, das Protokoll wurde laut diktiert, dem Zeugen vorgelesen und von diesem eigenhändig unterschrieben. Das habe ich in Übersetzung folgt. Ich habe diese Kopie von Gericht beglaubt, wo ich über Kaduk und Boga ausgesagt habe. Wir haben mit unserem Beweisantrag die Vernehmungen eingereicht, die uns beweiserheblich schienen zu unserem Beweisantrag. Ja, Herr Staatsmann, ich verstehe das schon. Nur eins verstehe ich nicht. Wenn dieser Zeuge in Breschow vom Gericht vernommen worden ist und es wird mir hier eine beglaubigte Protokollabschrift vorgelegt, und zwar von Anfang bis zum Ende, dann muss doch dieses Protokoll alles enthalten, was damals gesagt worden ist. Oder es müsste draufstehen, Auszug oder so etwas. Das enthält es auch, soweit es den Angeklagten Kaduk betrifft, und wir haben in dem Beweisantrag den Zeugen nur für den Angeklagten Kaduk benannt. Kollege Vogel hat vorhin schon darauf hingewiesen, dass es in der GSR üblich ist, zu jedem Angeklagten oder zu Gruppen zu vernehmen. Und zwei getrennte Protokolle. Haben Sie eine Fotokopie Ihres damaligen Protokolls da, hier in Frankfurt? Ich habe die Kopien hier in Frankfurt, hier oder in meiner Wohnung, das weiß ich nicht. Du, du. Ich glaube hier. Herr Direktor, aber offenbar besitzt doch die Staatsanwaltschaft das zweite Protokoll. Dann möge doch die Staatsanwaltschaft endlich mal diese Dinge vorlegen. Es ist doch ein unmöglicher Zustand, dass nur eine Auswahl von der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird. Ich darf doch einmal darauf hinweisen, dass die Staatsanwaltschaft nicht nur berechtigt ist, Dinge vorzulegen, die zum Nachteil irgendeines Angeklagten sein könnten, sondern dass sie verpflichtet ist, als sogenannte objektive Behörde alles vorzulegen, was irgendwie für die Beurteilung des Angeklagten von Interesse ist oder sein könnte. Ich lege darauf keinen Wert, dass der Herr Kaul mir zustimmt. Aber mich interessiert das. Also, meine Herren, einer nach dem anderen. Eben ist der Dr. Stolling dran. Was haben Sie sonst noch zu sagen? Ich hatte meine Erklärung abgegeben, aber ich habe noch eine Reihe von Fragen an der Zeugen. Ja, das sowieso. Was wollten Sie dazu? Ich beantrage, dass die Staatsanwaltschaft die sämtlichen Aussagen des Zeugen vorlegt. Sie spielen für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Zeugen eine Rolle. Eine Aussage eines Zeugen kann nur insgesamt, im Gesamten gesehen und beurteilt werden. Und ehe die Aussagen, sämtliche Aussagen nicht vorliegen und aus diesen Aussagen der Zeuge gefragt wird, kann der Zeuge leider nicht entlassen werden. Ich bitte... Eins nach dem anderen. Sie sind zu Ende. Was wollten Sie? Ich stelle den Antrag, dem Zeugen aufzugeben, die Kopie, von der er hier gesprochen hat, die Kopie des Protokolls, seiner Aussage, hier vorzulegen. Ja, das wäre sowieso geschehen. Das ist unbezüglich. Zu diesem Zwecke bitte ich, zunächst die Vernehmung unterbrechen zu wollen, damit wir morgen die Möglichkeit haben, in Ruhe diese Dinge zu prüfen. Ob Herr Rechtsanwalt Stolting dem zustimmt oder nicht, es ist selbstverständlich notwendig und erforderlich, dass wir die gesamten Aussagen eines Zeugen vorliegen haben. Und deswegen halte ich es für erforderlich, gerade um den Zeugen vor Missdeutungen zu schützen, dass er in die Lage kommt, das, was er hier gesagt hat, nachzuweisen, nämlich die Kopie seiner Aussage, die er bei sich hat oder in seinem Hotel hat, jedenfalls hier in Frankfurt am Main, vorliegen zu können. Diese Gelegenheit bitte ich ihm zu geben. Also ich glaube nicht, dass der Rechtsanwalt Stolting anderer Auffassung ist, denn im Gegenteil, er hat ja gerade eben beanstandet, dass nicht die ganzen Protokolle vorliegen. Herr Kaulkamp, diesmal zu spät. Ja, Moment, meine Herren, keine persönlichen Spitz... Ich habe nur gesagt, ob Herr Stolting dem zustimmt oder nicht, aber ich sage es dir gleich, ich verhole das. Ja, warum? Das war doch gar nicht nötig, Herr Rechtsanwalt. Es gibt ja noch verschiedene andere Verteidiger hier, die vielleicht auch nicht zustimmen oder doch zustimmen. Also es hat keinen Zweck, sich hier gegenseitig Vorwürfe zu machen. Aber Herr Staatsanwalt, können Sie uns denn nicht diese Affäre aufklären? Herr Vorsitzender, ich möchte dazu Folgendes erklären. Die Vernehmung des Zeugen Prinz ist beantragt worden durch einen Beweisantrag der Staatsanwaltschaft vom 22. September dieses Jahres. Ich war zu dieser Zeit krank. Ich sage das nicht, um mich hier mit meiner Krankheit zu entschuldigen. Aber ich muss das erwähnen, ich wusste auch nichts Näheres davon. Aber ich werde mich noch heute Abend darum bemühen, die Originalvernehmungen in tschechischer Sprache, die sich ja in anderen Achten befinden, denn die Vernehmungen waren ja in einer anderen Sache durch den Untersuchungsrichter beantragt und daraufhin durchgeführt worden, beizuziehen und ihm morgen dem Gericht hier vorzulegen. Und zwar sämtliche Vernehmungen. Das Nummer eins. Nummer zwei brauchen wir natürlich auch die Fotokopie, die der Zeuge bei sich hat. Ist die auch in tschechischer Sprache gehalten? Hier war die Kopie in tschechischer Sprache. In tschechischer Sprache. In slovakischer Sprache. In slovakischer Sprache, egal. Werden Sie, Herr Dolmetscher, morgen vielleicht die Freundlichkeit haben, Sie uns zu übersetzen. Wenn ich in der Lage bin, ja. Ich möchte nur zur Untermauerung dessen, was Herr Staatsanwalt Wiese eben gesagt hat, über die Methode der Vernehmung der Untersuchungsbehörden in der Tschechoslowakei, Ihnen zum Beispiel das in meiner Hand befindliche Protokoll über die Vernehmung des Zeugen Poletnik überreichen, in dem effektiv fast nichts drin ist von dem, was Sie vorhin dem Zeugen Poletnik... Ich möchte mich mal erkundigen, wie Sie in den Besitz dieser Vernehmungsurkunde gekommen sind. Ich hatte vorhin, Sie erinnern sich, Herr Vorsitzender, dass es etwas schwierig war, mit den Anlagen zu diesem Beweisantrag vom 22.09., die ich nie bekommen habe. Und Sie erinnern sich, in Ihrer Gegenwart hat Herr Staatsanwalt Vogel sich am letzten Freitag böte gemacht, mir die Protokolle zur Verfügung zu stellen. Das hat dann wiederum nicht ganz geklappt. Und deswegen hat er mir heute das, was er in der Hand hatte, noch einmal gegeben. So, ja, also ich habe leider ganz andere Unterlagen bekommen, die aber beglaubigt sind, beziehungsweise die Übersetzung ist beglaubigt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da zwei Ausfertigungen vorliegen. Naja, ich werde das nachher prüfen. Vielleicht wird der Herr Riesmann doch der Stolz. Ich würde Wert darauf legen, dass ich zunächst einmal, bevor ich mit meinen Fragen fortfahren kann, beglaube ich die Übersetzung, der in den Händen der Staatsanwaltschaft befindlichen Vernehmungen in die Hand bekomme, damit ich dann meine weiteren Fragen an diesen Zeugen stellen kann. Das möchte ich, da möchte ich förmlich darum bitten, dass das der Staatsanwaltschaft aufgegeben wird, mir beglaubigte Übersetzungen zur Verfügung stellen, bevor ich an diesen Zeugen weitere Fragen zu stellen habe. Sind Sie dazu in der Lage? Das Protokoll, was soweit es den Angeklagten Kadok betrifft, befindet sich bei Zeiten 22. September als Anlageband bei den Gerichtsakten. Das andere Protokoll von Boga wird morgen vorliegen. In beglaubigter Übersetzung. Herr Vorsitzender, wenn es richtig ist, dass der Zeuge nicht nur über Kadok und Boga Aussagen gemacht hat, dann möchte ich mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Vernehmungsniederschriften, auch wenn sie in zwei getrennten Protokollen festgehalten worden sind, beide hier nach Frankfurt geschickt worden sind und dass auch beide Protokolle übersetzt worden sind. Ich sagte vorhin schon, ich will mich heute Abend noch darum bemühen, die in den anderen Akten herauszufinden und morgen dem Gericht vorzulegen. Ich kann heute nicht mehr sagen, aber ich nehme an, dass dann nicht nur die original tschechischen oder slowakischen Protokolle vorgelegt werden können, sondern auch die dazugehörigen beglaubigten Übersetzungen, von denen jeweils, leider nicht jeweils, sondern nur teilweise, beglaubigte Durchschriften der Übersetzung hier dem Beweisantrag, an dem ich nicht beteiligt war, beigeheftet worden waren. Herr Dolmetscher, die beglaubigte Kopie uns hier im Saal übersetzt, das ist doch allen Formbedürftigen Genüge getan. Ich möchte erklären, dass ich nicht perfekt Slowakisch spreche und dass ich nicht in der Lage bin, Ihnen eine beglaubigte Übersetzung einer Urkunde aus dem Slowakischen zu liefern. Nein, ja, also es wird uns genügen, wenn Sie es so übersetzen, wie Sie das bisher auch getan haben. Ja, also ich bedauere das außerordentlich, denn schließlich muss ich ja das Gericht auch auf diese Dinge einstellen und muss vor allen Dingen wissen, was ihm vorgelegt wird. Und wenn ich nun jetzt hier plötzlich mit Dingen überrascht werde, die mir vollkommen neu und fremd sind, dann ist das für den Vorsitzenden auch gerade keine angenehme Situation. Herr Direktor. Und vor allen Dingen, unser Zeitplan kommt vollkommen in Unordnung. Wir haben draußen den Professor Hanack noch stehen. Wir haben diese Aussage des Zeugen, die sollte hier in kurzer Zeit erledigt sein. Seine ganze Aussage ist hier in den Akten auf drei Seiten zusammengedrängt. Und ich hätte sehr gut heute Mittag noch mit dem Professor Hanack anfangen können. Jetzt geht es nicht mehr. Herr Dr. Stolling. Herr Direktor, der Zeuge hat, das bitte ich Sie doch festzuhalten, hier bekundet, dass er bei seiner Vernehmung oder bei seinen Vernehmungen in Presshof nur über Boga und Kaduck etwas ausgesagt hat und hat ausdrücklich auf meine Frage gesagt, über den angeklagten Mulker hat er dort nichts gesagt. Der Herr Nebenkläger, der Kollege Rabe, hat gern bei seinen Fragen an den Zeugen ganz genau gezielte Fragen gestellt, deren Grundlage irgendwo herkommen muss. Ich möchte doch anregen, dass das Gericht vielleicht durch Befragung der Staatsanwaltschaft feststellt, ob vielleicht da Unterlagen an den Nebenkläger gegeben worden sind, die ebenfalls dem Gericht und der Verteidigung bislang nicht zugänglich gemacht worden sind, oder ob hier der Zeuge bereits mit dem Nebenklägervertreter Rabe oder einem der anderen Herren der Nebenklage irgendeine Verbindung vorher hatte. Sonst wäre es nämlich völlig unmöglich. Alles Übrige weise ich mit Entschiedenheit zurück. Ich, da Herr Dr. Stolting so freundlich lächelt, könnte ich mir vorstellen, dass er das doch nicht ganz ernst gemeint hat hier. Und deshalb möchte ich davon absehen, hier ein Protokollierungsand. Ich bitte hier um Ruhe, erstens. Zweitens, Herr Dr. Stolting, dieser Zuruf war nicht hier zulässig, nicht? Herr Rektor, ich bin eben zuerst angegriffen worden. Nein, Sie sind nicht angegriffen worden. Herr Graben hat gesagt, ich hätte gelacht und ich müsste daraus entnehmen, dass ich meinen eigenen Vortrag nicht ernst nehme. Das ist schon eine ungehörige Bemerkung. Das ist auch ungehörig, aber das berechtigt Sie noch nicht, derartige Äußerung gegenüber dem rechten Vertrag auszusprechen. So, und nun, meine Herren, kommen wir anmählich zum Schluss. Darf ich nur ergänzend erklären, ich habe überhaupt nicht die geringste Ahnung von den Angaben und Aussagen des Zeugen gehabt. Ich habe Herrn Kollegen Rabe, weil er früher zum Fragen heran war, noch gebeten, auf alle Fälle, ich wusste nicht, was seine Intention war, mit Rücksicht auf den langen Aufenthalt des Zeugen in Auschwitz auch über die Adjutanten zu fragen. Nichts weiter war bekannt. Und ich muss ganz offen erklären, dass ich diese Auseinandersetzung und in dieser hochgespielten Form angesichts der Tatsache, dass es hier um die Aufklärung eines Mordes und von Morden geht, nicht verstehe. Ein weiteres Protokoll über die Vernehmung des Zeugen vor dem Bezirksgericht in Bresow vorgelegt hat, stelle ich fest, dass der Zeuge auch seinerzeit über die Person des angeklagten Boga ausgesagt hat. Städte, die Staatsanwaltin, der Sie über den Bezirksgericht in Boga ausgesagt haben, hat er zu verabschieden Boga ausgesagt, dass Sie schon über die Aufklärung des Zeugen in Boga ausgesagt hat. Ja. Diese Aussage meinte ich gestern und habe sie gestern bestätigt. Ja. Nun, Herr Zeuge, haben Sie uns gesagt, dass im Oktober oder November 1942 Höss beim Besteigen eines Pferdes sich den Fuß gebrochen habe, in Folge dessen bis März, April 1943 nicht die Geschäfte des Lagerkommandanten führen konnte, dass in Folge dessen der Angeklagte Mulka als sein Vertreter praktisch der Lagerkommandant gewesen sei und dass in dieser Zeit auch die Verhältnisse im Lager noch härter geworden seien, als sie bereits vorher bei Höss gewesen wären. Herr Zeuge, dass in März Minute 1942 er затем Bezirksgeräte ausgesagt, dass er gehe schon aus dem März-April 1943 niemals zu verabschieden, dass der Køben von Taubor handelt sein. Dann hat er uns gesagt, dass sein Zástupster Mulca war und dass das Leben in der Tabor in der Tabor war sehr stark. Ja, das habe ich gestern ausgesagt und meine gestrige Aussage ist wahr. Ist wahr. Nun muss ich Ihnen den Vorhalt machen, dass nach den Kommandanturbefehlen, die wir hier in Beglaubig der Fotokopie vorliegen haben, das in der ganzen Zeit als Lagerkommandant täglich gewesen ist. Herr Präsident, muss ich sagen, dass in der ganzen Zeit, von der Kommandantur, die hier liegen in der Fotokopie, und dass, wenn er vertreten wurde, er nicht vertreten war von Mulca, sondern von Aumeier. Und dass Mulca im Oktober, November 1942 seinerzeit wie in Krankheit beurlaubt und von einem anderen SS-Führer vertreten worden ist. Mulca war in Oktober, November 1942 aus der Tabor aus der Tabor, und er vertreten von anderen SS-Führern. Dann starten wir mit der ersten Frage. Ich sage es gleich, wie die erste Frage ist. Der Zeuge bitte darum, dass ich ihm die einzelnen Vorhalte noch einmal wiederhole. Bitte sehr. Ich schätze die Einstürz von der Tabor aus der Tabor, von Augeinien, bis zum Augeinien, die sind aus der Tabor, von der Tabor von Augeinien, bis zum Augeinien, die hier in der Tabor-Führer war, die in der Tabor, von Augeinien, die in der Tabor-Führer waren. Ich habe gestern ausgesagt, dass Höss sich beim besteigen des Pferdes das Bein gebrochen. Und dass ein neuer Kommandant einmal bei uns war und mein Kommandorführer Graf mir sagte, das ist der neue Kommandant. Befehle oder Unterschriften habe ich niemals gesehen. Ja, und wieso wussten Sie, dass in der Zeit von Oktober, November 1942 bis zum März, April 1943, Mulca dieser Kommandant gewesen ist? Und wie Sie wissen, dass in der Zeit von Oktober, November 1942 bis zum März, April 1943, Mulca der Kommandant war? Ich habe gestern schon gesagt, dass nach dem Beinbruch des Höss, dass der Kommandorführer Graf kam, er zu mir sagte, wir haben einen neuen Kommandanten, der heißt Mulca. Und gibt acht, das ist ein sehr strenger Mensch. Ja, außerdem hatten wir doch festgestellt, dass Mulca in der Zeit, wo dieser Beinbruch sich abgespielt haben soll, wurde von einem anderen, weil er krankheitshalber beurlaubt war. Ja, ich weiß, dass Mulca in Oktober, November 1942 bis zum März, nicht in der Lagerung, aber nicht in der Lagerung war. Ich weiß nicht, wie es in der Lagerung war. Ich weiß nicht, wie es in der Lagerung war. Ich habe diese höheren Offiziere nicht jeden Tag gesehen. Es war auch nicht sehr angenehm, diesen höheren Offizieren täglich zu begegnen. Es kann sein, dass er nach dieser Zeit noch krank war, aber ich habe ihn im Lager jedenfalls gesehen. Und wann im Januar, Februar 1943 war dieser Vorfall an der Holzböge. Der Fall von Dresden war im Jahr 1943, in Januar, Februar. Ja. Ja. Ich kann den Januar, Februar noch noch mal zum Januar, Februar. Ich kann das vervollständigen. Im Anfang des Jahres 1943, im Januar, Februar, wurde mit dem Bau große Kläranlagen dort begonnen und dorthin ist der Kommandant gefahren. Sie sagen, der Kommandant. Sie sagen, der Kommandant. Sagen Sie das mit Absicht? Oder wollen Sie sagen, der angeklagte Mulka? Ich sage es deshalb, weil in dem Jargon, in dem die SS-Leute mit uns gesprochen haben und dieselben Worte benutze ich auch hier, für uns war es der Kommandant. Ja, nun haben Sie gestern bei der Gegenüberstellung mit der Hand gezeigt auf den angeklagten Mulka und haben gesagt, das ist dieser Mann, der an der Holzböge war. Und nun will ich von Ihnen wissen, nicht was die SS-Leute gesprochen haben, sondern ich will von Ihnen wissen, ob damals dieser angeklagte Mulka an der Kläranlage gewesen ist und Ihnen dann begegnet ist in dieser Weise, die Sie uns geschildert haben. Das war nicht nur ein Tag. Ich habe nur das, dass ich das auch bei der Kläranlage gesehen habe, dass ich das auch bei der Kläranlage gesehen habe. Der Vorfall an der Hölzernen Brücke und die Fahrt zur Kläranlage fanden nicht am selben Tag statt. Ich habe das nur hinzugesetzt, dass zu der Zeit die Kläranlagen gebaut wurden und auch dort habe ich diesen Angeklagten gesehen. Also, Sie wollen sagen, Sie haben den angeklagten Mulka, den Sie uns gestern hier gezeigt haben, gesehen, als er erstens zur Kläranlage fuhr, um sie zu besichtigen und zweitens an der Holzbrücke dazukam, wie von zwei SS-Leuten zwei Gefangene gefilzt worden sind und bei dieser Gelegenheit erschossen worden sind. Ja. Ich beglebe dann, ich glaube, dass die Fahrt zur Kläranlage einst. Zustimmungsgerichts dazu zu haben, dass wir den Zeugen zunächst einmal rausgehen lassen und dass wir den Zeugen Gibjan erst einmal hören und uns näher schlüssig werden über den Antrag des Rechtsstaats. Dr. Schloss-Dolle. Den Beweisantrag auf Vernehmung der Witwe Höss. Das kann ruhig hier geschehen, aber ich bin der Ansicht, dass keine Veranlassung besteht, etwa die Vernehmung dieses Zeugen hier nicht zu Ende durchzuführen. Ob der Herr Verteidiger dann der Entlassung widerspricht, das ist eine andere Frage. Aber es ist doch durchaus üblich und richtig, dass ein Zeuge im Zusammenhang zu Ende vernommen wird. Wenn dann später eine Gegenüberstellung stattfinden sollte, dem trete ich gar nicht entgegen. Das kann ruhig gemacht werden. Aber ich sehe nicht ein, warum nun etwa wegen des Beweisangebots der Witwe Höss. Ich erwarte mir erstens nicht sehr viel davon. Aber ob das nun so ... Ja, darüber mag man sich streiten, aber jedenfalls scheint mir das nicht ein so schwerwiegendes Beweisangebot zu sein, dass man eine Veranlassung besteht, diesen Zeugen nicht zu Ende. Nun, Herr Rechsenwald-Trabe, Sie haben doch wohl Ihre Zeugen, Ihre Fragen an den Zeugen all gestellt. Sicher, sicher. Ich fände es nur vernünftig. Das ist eine Anregung. Ist denn sonst noch jemand, der Fragen stellen will? Herr Rechsenwald-Dr. Aschenauer, bitte schön, stellen Sie noch Fragen. Herr Zeuge, wissen Sie, wann Borge geboren ist? Nein. Wieso haben Sie dann bei Ihrer Aussage in der Tschechoslowakei gewusst, dass Herr Borge am 19.12.1906 geboren ist? Ich habe schon ausgesagt, dass ich in unseren Zeitungen die beiden Namen Bogo und Kaduko als Angeklagte gelesen habe. In beiden Zeitungen wurden die Geburtsdaten angegeben, sowohl bei Boga als auch bei Kaduko. Eine weitere Frage, Herr Zeuge. Wann haben Sie Boga zum ersten Mal gesehen? Herr Boga habe ich zum ersten Mal im Jahre 1942 gesehen, im September, Oktober, als ich oben zu unserem Kommando hinkam. Bei welcher Gelegenheit? Also, hatten Sie da mit Herrn Boga eine Auseinandersetzung? Ich war kein so großer Häftling, dass Boga von mir Kenntnis genommen hätte. Wieso haben Sie dann in Ihrer Aussage in der Tschechoslowakei gesagt, Sie haben Boga damals gesehen, zum ersten Mal kennengelernt, als er Sie musste, das heißt, was Sie gestern sagten, Sie nackt ausziehen hat lassen. Ich habe schon gesehen. schon ausgesagt, dass es im Jahre 1944 war, als Bürger befahl, dass wir uns knackt ausziehen sollten. Ein bisschen, dass es im Jahre 1944 war, als Bürger uns befahl, uns knackt auszuziehen und feststellen wollte, ob wir Briefe oder andere Sachen bei uns trugen. Damals kannte ich ihn schon sehr gut. Ja, aber ich darf nochmal meinen Vorhalt wiederholen. In der Czechoslovakie sagten sie aus im Jahr, in zu diesem Zeitpunkt, als sie mich anacht ausziehen musste, da habe ich an Bürger kennengelernt, als sie sie musste wegen dem Briefen. In der Czechoslovakie hast du aber gesagt, dass du in dieser Zeit kennengelernt hast, als du sie mussten nachdenken, als du mit dem Briefen bekommst. Das ist möglich, dass ich so sagen, aber die Wahrheit ist, dass die Formulierung in diesem Buch wurde nicht richtig ist. Es kann sein, dass die Formulierung in diesem Protokoll nicht richtig ist. Ich kann nur auch sagen hier, dass im Jahre 1942 ich Boa kennengelernt habe und dieses Ausziehen fand im Jahre 1944 statt. Ist es richtig, Herr Zeuge, dass Herr Boga sich mit einem Fahrrad im Lager Auschwitz sich bewegte? Ich habe ihn nur auf dem Bicycle gesehen, anders sah ich ihn nicht. Wieso haben sie dann in der Czechoslovakie ausgesagt, dass Herr Boga, als er sie abholte zu diesem Transport von Zyklon B mit dem Motorrad zu ihnen gekommen ist, dass Herr Boga, als er sie abholte, zu diesem Transport von Zyklon B mit dem Motorrad zu ihnen gekommen ist, dass Herr Boga Herr Zeuge kommt nicht nur auf dem Fahrrad. Ich habe ihn nie auf dem Motorrad gesehen. Es kann sein, dass diese Aussage falsch formuliert ist. Ja, diese Stelle mit dem Motorrad, Herr Zeuge, kommt nicht nur bei der Gelegenheit des Transportes von Zyklon B allein zum Vorschein, sondern sie erwähnen auch einen anderen Vorfall, wo sich der Herr Boga mit dem Motorrad hinbewegte. Aber auch nicht nur bei der Gäste, dass Herr Boga mit dem Motorrad anzüge er hat. Wie ich bereits vorhin gesagt habe, könnte es sein, dass Herr Boga, dass Herr Boga mit Motorrad zu ihnen gekommen ist, dass Herr Boga mit dem Motorrad zu ihnen gekommen ist, dass Herr Boga auf dem Motorrad hinbewegte. Es kann ja viele sagen, dass der Protokollführer verletzt, dass sie anstatt Fahrrad Motorrad zu haben. Ich darf nur das Gericht darauf hinweisen, dass bei Zeugen der Tschechoslowakei öfters das Bewegungsmittel des Herrn Boga im Lager Auschwitz das Motorrad ist. Auf Blatt 1 und 4. Auch bei anderen Zeugen aus der Tschechoslowakei trat es in Erscheinung. Dann eine weitere Frage, Herr Zeuge. Herr Zeuge, Sie haben gestern davon gesprochen, dass Schachteln mit, ich glaube, 10 bis 15 Schachteln mit Zyklon aus dem Theatergebäude geholt worden sind. Sie haben gestern davon gesprochen, dass Schachteln mit, ich glaube, 10 bis 15 Schachteln mit Zyklon aus dem Theatergebäude geholt worden sind. Ich frage Sie, Herr Zeuge, wie viele Dosen waren in diesen Schachteln drin? Ich habe die Dosen in den Schachteln nicht gezählt. Es konnten nach meiner Schätzung zwischen 10 und 20 sein. Ich habe diese Schachtel auch nicht geöffnet. Sie haben gestern gesagt, dass den Inhalt dieser Dosen, Herr Boga, in die Fenster oder in das Fenster des Krematoriums hereingeschüttet hat. Moment, Herr Dr. Aschenauer, ich glaube, Sie befinden sich da auch im Irrtum. Er hat gesagt, Boga hat die Schachteln herausgenommen, er hat die Büchsen aufgemacht, geöffnet, hat sie einem anderen gegeben und der hat sie eingeschüttet. So hat er gesagt. Ja. Ja. Mhm. Ja. Dann waren, ich darf dann also so fortsetzen, meine Frage, warum Boga und der SS-Mann und Sie allein vor dem Krematorium? Ich habe gestern klar ausgesagt, dass die SS-Mann und der SS-Mann und der SS-Mann als wir ans Krematorium kommen, mein Posten den Befehl erhielt, außerhalb zu bleiben. Boga mit mir zum Krematorium 4 fuhr. Dort waren bereits SS-Leute anwesend. Es muss sich überprüft werden, ob... Genau, das muss ich sagen. Schön gut, wie lange war die Zeit, dass dieser Wagen mit Ihnen dort hielt. Ja, ich glaube, Sie haben sich mit Ihrem Krematorium aufgemacht. Mit meinem Krematorium durften ich ca. 5-6 Minuten. Und dann war das ganze Krematorium. Sie haben es in den Krematorium, wenn ich mich gut erinnern kann. Die Krematorium haben sich bereits auf dem Krematorium aufgemacht und im Krematorium aufgemacht. 5-6 Minuten. Maximal waren es 5-6 Minuten, dass ich mich dort aufhielt. Während dieser Zeit wurden schon auf dem Wagen einige Schachteln geöffnet. Andere wurden dann geschlossen abgeladen. Dann eine weitere Frage. Aus welcher Masse bestanden diese Schachteln? Ja, ich habe es nicht in der Hand gehabt, aber es war Blech. Damit keine Verwechslung entsteht, ich habe nicht die Dosen gemeint, sondern eben den Behälter, die Schachtel, in der die Dosen drinnen waren. Ich meine die einzelnen Dosen. Ja, und ich meine, wo waren diese einzelnen Dosen drin? Es waren hölzerne Schachteln. Hölzerne Kisten. Also Kisten. Dann eine weitere Frage. Sie haben sich, dass der Herr Böger bei der Selektion anwesend war. Wann haben Sie ihn gesehen? Ich habe gestern schon ausgesagt, dass ich Böger einige Male bei Selektionen gesehen habe. Ich hatte wöchentlich etwa zweimal diese Reste von der Rampe wegzufahren und habe Böger sehr oft dort gesehen. Ich weiß nicht, was Sie von der Tätigkeit bei der Selektionen gesagt haben. Aus diesem Grunde bitte ich das Gericht, dass ich fragen darf, hat Böger kranker ausselektiert. Ich habe Böger nicht. Ich habe Böger nie kranker im Krankenbau selektiert. Und da können Sie nicht sagen, was Herr Böger hier im Einzelnen gemacht hat. Dann kann ich Sie aufmerksam machen, dass Sie in der Tätigkeit ausgesagt haben, Herr Böger hätte Parteien mitglieder ausselektiert. Und das ist eine schlechte Formulierung. Wir benutzen das Wort Genosse, wie hier das Wort Herr verwendet wird. Und das ist offensichtlich falsch verstanden worden. Eine weitere Frage. Ja, aber was soll es denn dann heißen? Wer soll denn da von Böger ausgewählt worden sein? Ja, aber Sie sagten doch, dass er aus diesen normalen Gefangenen hauptsächlich Parteimitglieder ausgesucht hat. Ich meine die politischen mit roten Winkeln. Das habe ich gemeint. Herr Vorsitzender, wir haben ja doch die original tschechische Vernehmung jetzt da. Vielleicht kann bei diesen Formulierungen, wo es auf den knauen Wortlaut ankommt, der Herr Dolmetscher sich das nochmal ansehen, wie es eigentlich im Tschechischen heißt und wie das richtig zu übersetzen ist. Ich bin einverstanden. Also es dreht sich um diesen Passus hier, wie das ist. Ich meine, wer glaube ich die Übersetzung? Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt das Original zu Hilfe nehmen soll. Aber Herr Rechternwald, Sie haben doch selbst erlebt, gerade bei tschechischen Dolmetschern haben wir erst sechs andere ausprobiert, bevor wir hier einen Dolmetscher gefunden haben, der anstandslos übersetzt hat. Herr Staatsanwalt, ich habe zu dem Komplex überhaupt noch nichts gesagt. Aber ich würde Herrn Dolmetscher bitten, dass er vorsichtig ist, dass der Zeuge nicht in das Blatt einsicht. Ja. War ja noch eine Frage. Der Genannte war politischer Leiter und selektierte meistens Parteimitglieder. Schluss, 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 bitte nichts mehr. Dann eine weitere Frage, Herr Staatsanwalt. Ja, Moment, die Frage ist immer noch nicht geklärt. Er hat das genauso übersetzt, Herr Dolmetscher, wie das hier übersetzt worden ist, nämlich als Parteimitglieder. Vorher kam politischer Leiter. Ja, er war politischer Leiter und suchte hauptsächlich Parteimitglieder aus. Nun geht mir der Sinn dieser Erklärung nicht auf. Was für ein politischer Leiter sollte gewesen sein und welche Parteimitglieder soll er ausgesucht haben? Was für ein politischer Leiter war der Bürger und welche Parteimitglieder selektierte? Ich muss das sagen, dass wir das wiederholen können. Bürger hat uns eine politische Abteilung. Er war uns als ein politischer Leiter als ein politischer Leiter, das bedeutet, dass es politische Leiter ist. Bürger gehörte zur politischen Abteilung und wurde von uns als der Leiter dieser politischen Abteilung betrachtet. Eine weitere Frage, Herr Zeuge. Wissen Sie, wo die von Bürger Ausgesuchten hingekommen sind? Wie kamen sie von Bürger ausgesucht? Was hat sich mit dem Bürger ausgesucht? Was hat sich mit dem Bürger ausgesucht? Ich glaube, dass Sie die Antworten können, dass Sie sich selbst weiterdenken können, Herr Zorni. Sie wissen, dass Sie sich selbst weiterdenken, wohin diese Leute gingen. Ja, ich möchte es auch von Ihnen wissen, Herr Zeuge. Ich bitte, wir müssen da wählen, von was? Na Smerz. Zum Tode. In die Gaskammern? Da Plinovich komor? Das war nicht immer Gaskammern, das war ja auch Block 11, wo er schossen wurde. Danke. Dann eine weitere Frage. Ja, Moment, aber Sie haben in der Tschechoslowakei gesagt, Bürger habe die Leute ausgesondert, tausende von Menschen, die er entweder direkt in die Gaskammern oder zur Schwerarbeit schickte. Sie haben gesagt, dass Vogel selektран hat 1000 Leute, die sei in die GaskamИ k cursed, oder bei den Tschechischen Arbeitge, dass ich früher gesagt habe, dass er Leute selektieren, die Leute nach Gaskam in der Tschechischen Saisonbrüte, das man das angeweb, als an das in der Rahmah election sah, die ich nicht gesehen habe, dass sie nicht einmal in der Flüge selber sehen. Jeder Häftling, der nach SK kam, ich verstehe diese Abkürzung nicht. Ja, Strafkommando kam, musste ja durch Burgers Hände, meistens durch Burgers Hände kommen. So ist das wirklich schwer, aber zu verstehen. Ja, und wieso wissen Sie das eigentlich? Ja, und wieso wissen Sie das eigentlich? No, však tam pracovali mnoho kamaráti, ktorí prešli sez Burgers, dostali sa do SK. Toč ist das Strafkommando. Ja, dort arbeiten genug kameraden, die durch Burgers Hände gingen und in das Strafkommando kamen. Also Sie selbst wissen aus eigener Wahrnehmung nichts. Ja, dass Sie das sämt und dass Sie sämt sind, dass Sie das nicht wissen. Ja, ich verstehe das nicht. Ich denke, dass Sie das nicht hier sind. Das wäre ich nicht hier. Ja, die, die sich in der SK kamen. Die SK kamen. Ja, haben Sie denn selbst erlebt, dass Burgers derartige Entscheidungen und Selektierung vornam? Wiedelste saham, že Burgers takove rozhodnuti nebo takove selekcie djela? No, zobrali kameradev na Bunker 11, niejednou, z rôznych, pět boli rôzne Udanja na nich dane, a po několiko dní jsme sa s nimi stretli, už z Strafkommando. Es wurden wiederholt Kameraden geholt auf Bunker 11 und einige Tage später sahen wir sie im Strafkommando. Und wieso wissen Sie das, dass Burgers das veranlasst hat? Apolo Schmidt, je to bil Burgers, kterito djela? Sámi to povedali. Sámi to povedali. Sámi to povedali. Können Sie uns die Stelle auf der Karte zeigen, wo sich das angeblich ereignete? Stalo se to? Můžete ukazat, na planu, kde se to stalo. Můžeme. Bitte? Ich würde darum bitten. Ja, ja, bitte schon. Prosím, ukážte. Krematórium 4 a 5. Sme z krematórium. Znaďa sme prišli dnu. Tu bola mala cesta. A tu bol položený za tým krematórium. Tu, na tejto strane, tu na tý, kde sú teraz tie stromy naležené. Tu bola tá veľká jama, kde vlastne spalovali mrtvoli. Krematórium 4 a 5 war eine große Grube, in der Leichen verbrannt wurden. Standen vor dieser Grube nur die von Ihnen genannten 10 bis 12 Kinder? Stáli před tou jámou jen ty, těch 10 až 12 dětí. Živé len týto děti. Liebende nur diese Kinder. Wie kamen diese Kinder dorthin? Jak přešli týto děti tam? Und nicht in die Gase kamen? A ne do plynových komor? To neviem. Das weiß ich nicht. Ale viem prípady, že také malé množstvo, kde prichádzalo häftlingov, totiž bez ňů, tý sa do plynových komor nedávalo. To bylo malé... Herr Zolge, dáf ich Ihnen vorhalten, was Sie in der Českoslovakii ausgesagt haben. Sie haben damals ausgesagt, da die Krematórium nicht mehr ausreichten, wurden die Häftlinge erschossen und in diesem Zusammenhang nannten Sie eine Fracht von Menschen und aus dieser Fracht von Menschen wurde ein Kind erschossen. So Ihre Aussage in der Českoslovakii. Ich habe gestern klar gesagt, dass diese... die Vergasten handelte es sich um gesunde ungarische Juden, wohingegen diese Kinder, von denen ich sprach, sehr geschwächte und elende Kinder waren, die aus einem anderen Lager dorthin gebracht worden sind. Herr Zolge, ich wollte Ihnen nur vorhalten, was Sie ausgesagt haben. Ich habe keine weitere Frage. Ja, also in diesem Zusammenhang erscheint es mir doch wichtig, dem Zeugen einen Vorhalt zu machen aus seiner Vernehmung in Pressov am 18. März 1964, Seite 3. Da steht geschrieben, Ferner erinnere ich mich an das von dem Kriegsverbrecher Boga zu Beginn des Monats August 1944 verursachte schreckliche Ereignis, als ein weiterer Transport zur Rampe nach Birkenau kam. Die unbrauchbaren, zerbrochenen Koffer und Körper musste ich zur Verbrennung nach dem offenen Platz hinter dem Krematorium Nummer 4 in Birkenau bringen, wo auf freiem Platz Häftlinge aus dem Grunde erschossen und verbrannt wurden, weil die Krematorien zu jener Zeit in ihrer Kapazität nicht mehr ausreichten. Nach der Ankunft an der genannten Stelle und dem Abladen der Fracht ins Feuer packte der Leiter des Krematoriums SS-Oberscharführer Moll, ein zweijähriges Kind, warf es über das Feuer hoch und Boga schoss mit der Pistole nach diesem Kind, das ins Feuer fiel. Er drehte sich um zu mir und sagte, so haben wir in Warschau alle Juden liquidiert, gefällt dir das. Also der Vorhalt von dem Herrn Dr. Aschenauer ist schon insofern richtig, als hier davon gesprochen wurde, dass auf dem freien Platz Häftlinge erschossen und verbrannt wurden, weil das Krematorium zu jener Zeit nicht mehr ausreichte. Oder beziehungsweise, ja, anscheinend meint er die Gaskammer. Nach der Ankunft an der genannten Stelle packte der Leiter Moll ein zweijähriges Kind. Er hat also nicht etwa davon gesprochen, dass da 10 bis 15 Kinder standen, die da nacheinander erschossen worden sind, sondern er sagte, ein Transport wurde dort erschossen und aus diesem Transport nahm er ein Kind, nahm der Moll ein Kind und war besorgt. Herr Direktor, darf ich dem widersprechen? Das entnehme ich selbst nicht aus Ihrer Vorlesung. Ich kenne das Protokoll überhaupt nicht. Ich habe es auch jetzt nicht. Ich habe mich nur nach Ihrer Vorlesung gerichtet. Er gibt, wenn er von Erschießungen und Verbrennungen spricht, gibt er lediglich den lokalen Ort an. Das bezieht sich aber nicht auf das Ereignis. Er sagt, ich fuhr dorthin, wo sonst wo erschossen wurden, im Allgemeinen, weil die Kommatorium nicht ausreichend sind. Und dort geschah das mit dem Kind. Herr Dr. Kaul, es ist ja sehr schön, dass Sie sich diese Gedanken machen, aber mir ist es wichtig, den Zeugen das sagen zu lassen. Er soll mir das doch sagen, was er gemeint hat. Es steht ja bei ihm, er hat es diktiert, er soll auch sagen, was er darunter gemeint hat. Dann werde er mir das schon erklärt. Sie brauchen ihm doch hier diese Sachen nicht zu erleichtern. Ich erleichtere ihn gar nicht, zumal er mich gar nicht versteht. Ja. Nun, also Herr Zeuge, wollen Sie vielleicht das... Was meinen Sie? Wollen Sie das sagen, was ich übersetzen soll, bitte? Ja. Es dreht sich also um diese rot angestrichene Stelle, diesen Absatz. Beobachtung. Wollen Sie sagen, was ich gesagt hat, dass Sie in der nächsten Zeitung, Sie sagen, dass Sie, dass Sie noch eine grosse, eine sehr viele, eine sehr viele, die ein sehr viele, eine sehr viele, die in der Zeitung, in der Zeitung, in der Zeitung, wenn Sie wieder ein weitergebracht, an die Beobachtung zu Birkenau haben, Die Kürze und die Kürze, die sich nicht mehr verwendet, musel ich, um die Kürzeuge zu verbreiten, um die Kürzeuge zu verbreiten, im Kürzeuge zu verbreiten, in der in der Kürzeuge, die in der Kürzeuge wurden verbreiten und verbreiten, weil die Kürzeuge in dieser Zeitung nicht mehr verbreiten. In der Kürzeuge, die sich in der Kürzeuge zu verbreiten, um die Kürzeuge zu verbreiten, in der Kürzeuge, die Kürzeuge zu verbreiten, die Kürzeuge zu verbreiten, ein, zwei Jahre altes dämpel, die Kürzeuge zu verbreiten, um die Kürzeuge zu verbreiten, und die Kürzeuge zu verbreiten, die Kürzeuge zu verbreiten, die in der Kürzeuge zu verbreiten. Er hat mich zurückgebracht und gesagt, dass wir in Warszawien alle Züge verbreiten, das liebte. Ja. Ja. Ja, ich bin der Maaschischen Transport gekommen. Kann ich jetzt Ihre Fragen an den Zeugensternis an den vorhanden? Ja, bitte schön. Herr Direktor, ich gestehe, ich habe mir, während Sie fragten, keine Notizen gemacht. Ja, also ich darf die Fragen nochmal wiederholen. Bitte. Dieser Passus, den Sie eben übersetzt haben, enthält nichts davon, dass an diesem Platz, wo diese Erschießung und die Verbrennung des Kindes vorgenommen worden ist, sich ein Transport von Häftlingen, beziehungsweise dieser Satz enthält nichts davon, dass an diesem Platz lediglich 15 Kinder gewesen sein sollen, die da umgebracht werden sollten, sondern er spricht von einem Transport, der dort erschossen worden ist. Aber er spricht über dem Transport. Wie Sie das? Ich habe gestern schon gesagt, dass ich erst nachdem der Transport entladen war, von der Rampe diese Abfälle aufzuladen hatte und zu diesem offenen Platz zu fahren hatte, wo Leichen ansonsten verbrannt wurden. Ja, haben Sie denn gesehen, dass dort Häftlinge erschossen wurden, weil die Krematorien überlastet waren? Widielse tam, že tam, na tom Mieste, byli zastreleni Wiesnjove, protože Krematoria ich nestačili. To ja ani vzápise nehovorim, ja som videl jeden zastrel, a o to je to detsko, keď som tam došel, mol vyhodil hore, a Boger po niom strelil. Das habe ich ja auch nicht nach dem Protokoll ausgesagt. Ich habe diese eine Erschießung gesehen, dass dieses Kind dort hochgeworfen wurde von Mol und Boger, es erschossen. Ja, wieso wissen Sie denn dann, und können Sie denn dann sagen, dass auf diesem freien Platz Häftlinge aus dem Grunde erschossen und verbrannt wurden, weil die Krematorien zu jener Zeit in ihrer Kapazität nicht mehr ausreicht. Ja, kdože mucite rizna, že na tom Mieste byli Wiesnjove, zastreleni, aspaleni, protože krematoria ich nestačili. Das war bekannt, dass jeden Tag tausende und tausende von Leuten kamen, und die Öfen nicht in der Lage waren, die Leichen zu verbrennen. Deswegen ist ja diese Grube dort angelegt worden. Ja, das war bekannt, dass jeden Tag tausende und tausende von Leuten kamen, in der Lage waren. Also Sie haben nicht gesehen, dass Menschen dort erschossen worden sind? Ne. 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 Nur diesen einen Vorfall. Nun, Herr Zeuge, noch etwas anders. Sie haben gestern und heute erklärt, dass Boger mit diesem Wagen, auf dem das Zyklon B geladen war, angekommen sei. Er habe die Dosen heraus- oder heruntergenommen, habe sie geöffnet und habe sie weitergegeben, damit ein anderer sie in die Gaskamern hineinschütten konnte. Stimmt das? Er hat vorhin und heute gesagt, dass Boger mit diesem Wagen gekommen war und das einer Gaskamern verabschiedelt, dass er die Einheit verabschiedeln habe und eine andere Gaskamern und dass er wieder auf den Gaskamern hat, Er hat sich vorhin gesagt, dass Boger mit der Gaskamern ein Gaskamern und sich eine Gaskamern zu den Gaskamern. Er hat eine Gaskamern. Da? Er hat sich doch gesagt. Er hat sich aufgericht. Ich habe gesagt, dass Brugger diese Dosen geöffnet, einem anderen SS-Mann weitergereicht hat, aber auch, dass er allein den Inhalt dieser Dosen in die Öffnung hineingeschüttet hat. Das habe ich weder gestern noch heute. Also Brugger hat selbst die Dosen teils weitergegeben, teils selbst in die Gaskammern hineingeschüttet. Er hat eben, darf ich es wiederholen, was ich gerade übersetzte, dass er eine Dose, und zwar die letzte, selbst hineingeschüttet hat. Er hat in Presso ausgesagt. Nach der Ankunft in Birkenau im Krematorium Nummer 2 wurde dieses Zyklon B sogleich von SS-Männern abgeladen, und der Kriegsverbrecher Boger nahm selbst auch vom Wagen Zyklon B Dosen, mehrerer nämlich, öffnete sie die Dosen und goss sie in die Öffnung der Gaskammer. So seine Aussage in Pressov. Das mohlo mit. Ja, wollen Sie ihm das bitte sagen. Ja, in Pressov. Ja, in Pressov. Ja. 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 Boga ließ sich, wie ich gestern ausgesagt habe, die Gasmaske geben, er öffnete diese Dosen, gab sie weiter und schüttete den Inhalt der letzten in das Fensterchen des Krematoriums. Der letzten. Ja. Soweit ich gesehen habe. Ja. In Breshof haben Sie etwas anders ausgesagt, aber immerhin. Nun, wie Sie dorthin kamen, waren da diese unartigen Menschen schon in den Gaskamern drin oder wurden die erst hineingeführt? Ja, ich möchte, dass sie da kommen, waren schon viele Leute in Plyne. Oder waren da die Värten? Ja, ich habe gesagt, dass der ganze Transport bereits in der Gaskamern drin war. Ja. Und warum Sie wissen, wie er hineingekommen ist? Ja, ich möchte, dass Sie da kommen, wie Sie da kommen, wurden Sie da kommen? Ja, aber Sie haben in Breshof ausgesagt, in dieser Gaskamern waren Menschen eines ungarischen Transportes, in einer Zahl von 1000 bis 1200 Roh hineingetrieben worden. Sie haben in Plyssow gesagt, dass diese Plyne kommen wurden sehr stark verholt, die Leute aus Magarskis transporten wurden, und zwar 1000 oder 1200 Menschen. Ich habe den Transport gesehen, dass ich es rüchentlich verholt habe. Ich habe den Transport gesehen, dass ich es rüchentlich verholt habe. Und ich habe gesehen, dass ich den Transport in der Gaskamern von Krematorien 4 kam. Und wenn ich etwas in der Gaskamern von Krematorien 4 kam, dann wussten wir genau, dass es erst in der Gaskamern geht. Wenn ich da kam, dass ich den Transport, den ich da kam, ich habe gesehen, dass ich vor zwei Stunden rüber kam, der war in der Gaskamern von Krematorien in der Gaskamern. Und wir wussten, wer zu Krematorien 4 geht, geht in die Gaskamern. Und zwei Stunden später geschah ja das, dann waren sie also schon in der Gaskamern drin. Ja, sie haben aber ausgesagt, die Menschen seien roh hineingetrieben worden. Da müssen sie doch etwas gesehen haben, wenn sie so etwas behaupten, oder haben sie nichts gesehen? Ich habe diesen einen Transport nicht gesehen, als er hineingetrieben wurde. Es kann sein, dass ich es in der Form gesagt habe damals. Ich habe nur ausgesagt, dass, als die Fensterchen am Krematorium geöffnet wurden, ich diesen Schrei von unten oder dieses Geräusch von unten hörte. Nun, Herr Zeuge, wie oft haben Sie Zyklon B-Büchsen gesehen? Wie oft haben Sie Zyklon B-Büchsen gesehen? Im 1943 wurden bei uns im Lager entlausungen mit Zyklon B durchgeführt. Waren Sie bei diesen entlausungen beteiligt? Ich wurde mit meinem Gefährten schmutzige Wäsche zur Entlausung und nach der Entlausung die saubere Wäsche in die Unterkunft zurück. Die Wäsche wurden also, ja, die wurden entlaust. Und was hat das nun mit Zyklon B zu tun? Und was haben Sie bei dieser Gelegenheit mitgeholfen, oder? Und Sie haben auch bei dieser Gelegenheit, dass Sie in der Entlausung helfen? Ich habe es schon gesagt, dass ich mit dem Wägen liefere die schmutzige Wäsche zur Entlausung und danach die Entlausung, die entlausungen sind, die veröffentlicht wurden, die veröffentlicht wurden, nicht nur die Veröffentlicht wurde, aber das war ein Nacht. Ich habe es schon gesagt, ich fuhr mit dem Wägen lieferte schmutzige Wäsche zur Entlausung und danach die saubere Wäsche wieder zurück. Haben Sie bei dieser Gelegenheit Dosen von Zyklon B gesehen? Und wo haben die denn das Zyklon hingeschüttet? Kompakt. Das schütteten Sie, es waren so Kügelchen über diese Wäscheberge, die da waren. Über die Wäscheberge? Das war auseinandergezogen und dann wurde diese Wäsche überschüttet damit. Und haben Sie bei dieser Gelegenheit die Zyklon Dosen einmal in der Hand gehabt? Niemal. Nein. Haben Sie überhaupt einmal Zyklon Dosen in der Hand gehabt? Ich muss ihn zusetzen. Ich muss ihn zusetzen. Ich muss ihn zusetzen. Ich muss ihn zusetzen. Ich habe ihn mit Kommandant mit dem Wäscheberge, mit dem Wäscheberge, ich habe keine Wäscheberge, als die Pferde zu versorgen, mit ihnen zu fahren und sie beim Beladen und Entladen festzuhalten. Das Beladen und Entladen nahmen Häftlinge in der Regel vor. Ja. Wissen Sie, was auf diesen Dosen oder auf diesen Paketen drauf stand? Bitte zu Stalo, natürlich Krabicic, oder natürlich Balitschka. Es war darauf geschrieben, Achtung, Gift. Es waren gekreuzte Knochen und die Aufschrift Achtung, Gift. Und was stand sonst noch drauf? Hast du ein paar Gersteller, Stalo? Die Herstellerfirma war irgendein Name drauf, aber ich weiß nicht mehr, ich erinnere mich nicht mehr, was da im Einzelnen noch drauf stand. Die Herstellerfirma, wer war denn das? Die Herstellerfirma? IG Farben. Stand da drauf IG Farben? Stalin hat um IG Farben. Stalin hat um IG Farben. Es war noch irgendeine Unterfirma, aber ich erinnere mich nicht genau daran. Eine Unterfirma stand auch drauf IG Farben. Stalin hat um Takedoslo war IG Farben. Unsere Jungen, die dort arbeiteten, erzählten, das sei eine Unterfirma, eine Tochterfirma von IG Farben. Das weiß ich aber nicht selbst. Das wissen Sie nicht selbst. Aber Sie haben immerhin ausgesagt, in Bresow, von da musste ich schleunigst nach Auschwitz I, nach dem Hauptmagazin des SS-Theatergebäudes fahren, wo man mir Blechdosen mit dem Gaszyklon B einem Erzeugnis der IG Farbenindustrie auf den Wagen lud, die ich unter der Aufsicht von Boger zurück, selbst zurück nach Birkenau. Sie müssen in das Karmaturium 2 bringen. Sie haben gesagt, dass Sie in Prätschöien mussten, dass Sie schnell schnell zahnen, nach Auschwitz I, nach dem Hauptschlager, das sei eine Unterfirma von SS-Theatergebäude, das sei eine Unterfirma von IG Farben. Sie haben gesagt, dass Sie eine Unterfirma von IG Farben haben. Ich habe nur Pferde gehalten. Ich bin von den Pferden nicht fortgegangen und ich habe nicht selbst aufgeladen. Also wieso wissen Sie dann, dass die von der IG Farbenindustrie geliefert waren? Ja, das war die IG Farben. Davon wurde häufiger bei uns gesprochen, es ist hergestellt von IG Farben. Darf ich in diesem Zusammenhang, Herr Direktor, erwähnen, dass die Firma Tesch und Stabenow zum Konzern der IG Farben gehörte, die das Gift nach Auschwitz lieferte? Herr Rechtenwald, Dr. Kaul, es ist sehr interessant, dass Sie das wissen, aber ich wollte ja wissen, wieso es der Zeuge weiß. Denn mir ist das sehr merkwürdig, dass der Zeuge solche detaillierte Angaben machen kann, obwohl er gerade eben im Augenblick gesagt hat, ich durfte von den Pferden nicht weggehen. Ich hatte mich nur um die Pferde zu kümmern und das Auf- und Abladen besorgten die anderen. Und ich weiß überhaupt nichts und ich habe zwar gelesen, dass da IG Farben darauf stammt und in Wirklichkeit stammt nämlich Techenstabennot drauf. Und Sie glauben, Herr Direktor, dass das nicht ein tägliches Gesprächsthema unter dieser drückenden Last, ein tägliches Gesprächsthema an Auschwitz unter den Heften ist? Ja, naja, schön, lassen wir es. Ich habe keine Frage, doch noch eine einzige Frage. Kannten Sie den Lagerführer Aumeier? Ich habe ihn einige Male gesehen, es war ein kleinerer Mensch. So, wenn keine Fragen mehr sind, von Seiten des Rechts, Herr Steiner, Herr Vorsitzender. Nur noch ein Hinweis, der Herr Dolmetscher hat vorhin bei der Frage mit der Selektion der Parteimitglieder etwas übersetzt mit einem roten Winkel, dann wurde er unterbrochen und der Satz wurde nicht zu Ende übersetzt. Vielleicht kann da nochmal nachgefragt werden, was sich da gehandelt hat. Der Zeuge selbst bestätigt durch Kopfnicken, dass also die Frage verstanden ist. Ich kann mich jetzt wieder an die Frage im Moment erinnern, noch weiß ich, ob ich das... Aber der Zeuge hat ja meine Frage eben durch Kopfnicken bestanden. Ich habe ja auch gesagt, dass Sie sagen, dass Sie ein bisschen über die Zeuge haben über die Zeuge haben über die Zeuge haben über die Zeuge haben. Bei uns im Lager waren verschiedene Gruppen von Häftlingen, zum Beispiel solche mit grünem Winkel, das waren Verbrecher, mit schwarzem Winkel, das waren asoziale und mit rotem Winkel, das waren die politischen Häftlinge. Und ich meinte, dass diese politisch tätigen Häftlinge hier gerne ausgesucht wurden. Und wo haben Sie das erlebt, Herr Zeuge? Auf der Rampe? Na politisch tätigen Häftlinge, wenn sie auch von uns ausgesucht wurden, niemals, niemals, als ich es nie gesehen habe, dass sie auch von zelenen Winkel ausgesucht wurden, aber oft haben sie immer in die grünes Winkel, die schon in der Freiheit waren, oder in die Möglichkeit, die da waren. Zu politisch tätigen Häftlinge gingen fast durchweg Leute mit rotem Winkel. Ich kenne zwar auch Vorfälle, wo andere Farben dorthin gehen mussten, aber es waren dann einzelne. Es waren solche Leute, die wegen ihrer politischen Tätigkeit besonders verhört wurden. Und haben Sie das auch gehört von anderen Häftlingen oder selbst gesehen? Das habe ich sowohl selbst gesehen, als auch darüber dauernd bei uns gesprochen worden. Ein roter Winkel kam wieder auf Block 11 und dann zum Verhör. Und das ist der Ausgangspunkt, aus dem heraus Sie nunmehr sagen, der Boga hat tausende von politischen, also von Parteimitgliedern oder Leute mit rotem Winkel, wie Sie das jetzt ausdrücken wollen, in die Gaskammern gebracht oder zur Schwerarbeit. Und das ist, dass du Menschen mit rotemusen Menschen mit rotemusen, oder zu schwerfragen? Ja, ich weiß, dass er nur diese Leute ausgesucht hat. Andere Vorfälle weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Ich frage, Herr Zeuge, waren unter den Häftlingen mit Rotem Winkel besonders viele Kommunisten? Es waren viele Kommunisten da. Haben Sie deshalb den Ausdruck Parteimitglieder gebraucht? Ich meine, dass diese politischen Häftlinge dort besonders ausgesucht wurden. Und die Protokollführerin schrieb dann in der Verengung der Bedeutung Parteimitglieder. Keine Frage mehr. Von Seiten der Angeklagten keine Fragen, keine Erklärung. Wir werden jetzt eine Pause machen bis viertel nach elf. Wir fütteten die Pferde zwischen acht und neun Uhr hörten wir einen schrecklichen Schrei, den noch nicht einmal Dante hätte beschreiben können. Wir hörten das Geschrei aus dem Frauenlager. Unsere Ställe waren schräg vis-a-vis vom Frauenlager, nur über dem Berg. Als wir die Fähre geführt hatten, haben wir uns selbst ein Frühstück. Wir haben uns das Kommandoführer Graf gesagt, dass es die Hörer-Könne notwendig ist, wenn sie weg von der Arbeit gehen. Entschuldigung, bitte. Wenn wir nicht weg von der Arbeit gehen, vielleicht nicht. Wir wollen, wenn sie weg von der Arbeit gehen. Wir wollen, wenn sie weg von der Arbeit gehen. Der Kommandoführer befall uns nicht mit den Pferden zur Arbeit hinaus zu gehen, weil die Pferde schwach seien. Wir sollten im Stahl bleiben. Was waren die Pferden? Dass wir die Lagersperre nicht mehr gehen konnten. Wegen der Lagersperre durften wir die Stelle nicht verlassen. Nach einer Stunde sagte der Stahlkommandant, es wäre notwendig die Pferde, die hier sind zur Weide zu führen. Wir waren zu fünf oder zu sechs, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Wir nahmen jeder zwei bis drei Pferde. Und wir gingen in Richtung Frauenlager Birkenau unter der Brücke hindurch. Auf die Wiese. Wir kamen mit den weitenden Pferden sehr langsam gegen die Stadt. Gegen den Ort, das Frauenlager. Als wir ein Kilometer entfernt waren, wussten wir schon, was geschieht. Sie hatten das ganze Frauenlager auf die Wiese gejagt. Sie bildeten eine Postenkette aus SS-Leuten, die nur zum Wachkommando gehörten. Und die ganze Kommandantur und alle SS-Leute, die im Lager waren, hatten dort Dienst zu dieser Zeit. Und ich habe folgende Sache gesehen. Sie sortierten, sie suchten aus junge Frauen und Mädchen. Und diese wurden gleich auf Fahrzeuge verladen, auf Autos. Und diese, es passiert ja auch, dass Mädchen, die da ausgesucht wurden, durch die Postenkette durchliefen. Und die wurden dort erschossen. Den Tag, ich weiß es nicht genau, wurden etwa 6000 junge Mädchen und Mädchen und junge Frauen. Was wurden mit den 6000 jungen? Was wurden mit den 6000 jungen? Ich kam zu unserem SS-Wachmann, der bei uns war und sagte. Soberte die Häftlinge mit den Pferden und gehen sie sofort in die Stelle zurück. Darauf kann ich auch noch spüren. Darauf kann ich auch noch spüren. Ist dazu noch eine Frage zu stellen? Nein. Keine Frage mehr. Eine Erklärung abzugeben von den Angeklagten? Nein. Telefon, der hat eine Erklärung abwechselt alles gut wie mehr.